So, lieber die Berge Rastalots erklimmen, das stimmt. Nein man, ich hab das ja auch für Ella gemacht, weil ich Rastalot retten wollte, man. So Leute, wir machen weiter mit FF7 Rebirth. Wir sind hier gerade wieder bei Zack. Mit seiner extrem, ähm, ja, interessanten Story bisher. Also eigentlich hat er bisher noch gar nix gemacht. Wo nichts war, außer ein leeres Nest, es war ein Drachen-Nest, Mann. Ich hab sogar später die Bestätigung bekommen, dass es wirklich ein Drachen-Nest war. Ich hatte es direkt geahnt, ich... So, wie ist Cloud holding up? Mako-Poisoning hat ein wirkliches Nummer an ihm. Ich glaube, er ist auch in eine schnellste Recoversierung. Aber hey, Hopespring ist eternisch. Genau. Hm. Hm. Seht ihr, Leute, jetzt... Ich bin jetzt direkt schon wieder gut drauf. Dank euch. Hör mal. Die Leute sind sehr schwer, sich zu zeigen. Nicht, wie er es braucht. Jeder weiß, dass er ein bonafide Bade-Ass. Hm. Hm. Ein bonafide Bade-Ass. Hör mal. Hör mal. Die Höhle mit dem Pentagramm, ich glaub, die war sogar neu reingebaut, oder? Das Drachen-Nest gab's, glaub ich, schon im Vorjahr. Aber ich glaub, die Höhle mit dem Pentagramm war komplett neu. Das hatten die, glaub ich, extra reingebaut für, äh, dieses Dämonen-Gedönster mit dem Maester. Ich hab's halt zufällig gefunden. Das war schon mild. The Sack of All Traits. Oh, nee, jetzt sind wir jetzt wieder da. Ach, Leute, sinken wir jetzt wieder tiefer, ja? A glorinerziehungsweise wieder in Fall? Ach, wird sich das wieder wieder tiefer, ja? Ach Goog покуп werden sie wieder tiefer und ab dressen. Ja? Ach! Alexander. Ach. Ach. Ach, Ach. Ach. Ach, ach. Geben wir voll auf den Säge. Oh no. Aber bitte, bitte Leute, selbst wenn ihr die Story vielleicht schon kennt, bitte kein Sägebeating im Chat. Jetzt lauf doch mal schneller, mach doch mal ein bisschen sackig. Oh, okay. Oh, okay. Hey, Biggs. You said before I oughta try picking up some work as a Merc. Yeah. Cause one's not enough. So who's the one? Cloud. He didn't tell you? Most none wanted the competition. When exactly did you meet Cloud? The day before we hit Reactor 1. So, uh, how long ago was that again? Haha, weird. My internal clock is busted. Yeah, mine too. What's that about anyway? Heh, good question. So, what do you think is gonna happen to our baby? I don't know. Mom, just don't. And now it's just my own life. Hey! Two of us next! Die sind so schlecht. Ich behalte sie für mich. I just hope. You and yours to something special. But remember, only one per person. I think I prefer being number two or three. It suits me much better. Yeah? Why don't we all go camping? Like the guy who only has to worry about the how. Doesn't have to decide on the what. A minor role? Exactly. Do it. Just do it. Make your dreams come true. Make your dreams come true. You and your can-do attitude. And who might that be? You were the guy with Aerith, right? Whoever brought you back, I guess? And assuming there was someone... Who could have been? That's a good question. Warte, was? Is the thing in the sky getting bigger? Was für'n Ding? Achso, stimmt. Die... Ah ja, stimmt. Da fällt ja der Meteor runter oder so. True. Hab ich ganz vergessen. Ha 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 ha. Hell with it. Let's just do what we want. Start by robbing folks and stocking up our hands. It's just up ahead. Keep your eyes peeled. Copy. Nobody, huh? Not a soul. Well, at least Shinra was a no-show too, right? Who's there? Uh oh. Hey, stimmt. Die haben wir ja. Die haben wir ewig nicht mehr gesehen. Cloud. Ich dachte erst, die folgt uns in jede neue Region, aber dann war sie plötzlich weg. Stimmt. Haha. Anyway, I'm out losers. Ha. I told you I wasn't cut out for a leading role. And here I thought I might have been saved for a reason. Some higher purpose. Sorry for wasting the time. Nein. Es ist wichtig für uns, um unsere eigenen Grund zu finden. Was? Ich meine, wer sagt, dass es eine Art Weg gibt? Okay, ich habe den Tiefpunkt erreicht, Leute. Achtung. Den Tiefpunkt. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich glaube, ihr Leben auf das Geld verpasst. Die Welt ist glücklich, dass ihr habt. Es ist ein Start. Anyway, ich muss es gehen. Ich werde sicher, dass ein Besuch zum Cloud zu kommen, wenn ich die Chance habe. Den könnt ihr nicht unterbieten. Den könnt ihr nicht unterbieten. Ich bin zurück. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Guess who I just saw. Biggs. Really? Said he'd visit too. Oh yay! Did he say anything about daddy or Tifa? Oh, sorry. Forgot to ask. Awww! Zack, would you mind checking on Aerith for me? Sure. We're all headed for the same place. You'll see your daddy and Tifa again. Soon? Soon enough, Marlene. Soon enough. Was ist das jetzt wieder mit denen? Soon enough, we'll just have to go for the same place. And we'll just have to go for it. We'll just have to go for it. It's me. Me? Don gaga. Okay. Wieder hat Zack nix gemacht. Und Zack ist er weg. Sind Aris und Zack nicht voll cute zusammen? Ähm, sie liegt da bewusstlos und er packt sie an. Nee. Nee. Nee, nicht cute. Gar nicht cute. Willkommen in der Stadt der Gehe. Voller Verbrecher eigentlich. Wer weiß, was der jetzt noch mit dir macht. Gut, dass ich meine eigene Aris hier habe. Ist ja schon wieder eine Waffe, yo. Starb der Weisheit. Scheiße, ich habe noch nicht mal die Dinger hier gelernt. Äh. Wie. Wieso hatten der nur drei Slots? Was ist denn das wieder für ein Downgrade hier? Erzeugt einen Magiekreis, der bei Generierung von ATB-Energie in seinem Wirkungsbereich andere Gefährten ebenfalls etwas ATB-Energie spendet. Uuuuuh. Oh, wow. Und das kombiniert dann mit ATB-Schock? Junge. Kombo. Kombo. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier mache. Hm. Aber volles Barret? Volles Barret? Was? Was? Ich könnte, ich könnte für... Wobei, guck mal hier. Frost, Frost und Glut sind ja eh schon gemaxed. Vielleicht mache ich die dann währenddessen einfach raus. So, Problem gelöst. Zack. Gar nicht, gar nicht lang überlegt. Zack. Einfach raus da. Was haben wir denn hier Schönes? Verlängert Erscheinungsdauer des Magiekreises. Das ist gut. Volles Bett. Also, klar. MP, äh, Magic Attack, längerer Kreis, ist eh gut. Und dann... Ich finde halt... Wieso ist denn... Wieso gibt es denn immer dieses MP Maximum plus 3? Ich finde, das ist so lame. Das ist doch... Keine Ahnung. Das bringt doch fast null. Okay, dann mache ich hier noch Feuer rein. Dann mache ich da vielleicht... Statt Gestein, mache mir hier nochmal... Das Feuer, was ich gerade rausgenommen habe. Hier nochmal rein. So. Jetzt hat sie halt... Sie hat halt kein Frost, aber who cares? Hatte ich nicht sowieso schon... Oder war der Beikräft der neue? Naja, okay. Okay. Einfach ganz schnell hier das... Die Ability lernen und dann vielleicht wieder switchen. So, also wir sind jetzt im Dorf der Ghi. Und das ist praktischerweise direkt... Entlang des Flusses. Also quasi direkt so... On the Border von Cosmo Canyon. Das haben die sich aber doof ausgedacht hier. Die Lage war nicht besonders gut. Das wär's doch eigentlich, oder? Wenn ich irgendwann einfach nur noch eine Seele bin, die streamt. Einfach so eine Existenz, die nur noch im Internet lebt. Und der Körper ist einfach weg. Nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr waschen. Jungen will. Eigentlich perfekt. Ich bin, ich bin mal gespannt, was das hier wird, weil das ist ja... Oh, das ist wieder gute Kamera-Angle, ja. Äh, ich bin mal gespannt, was das hier wird, weil das war nicht im Original. Ich bin mal gespannt, was das hier ist. Ich bin mal gespannt, was das hier ist. Weil du kommst aus dem Lifestream zurückkehrenst. Ja, also dieser komplette Abschnitt hier, dieses ganze Geek-Zeug, das war im Original halt gar nicht. Da waren die wirklich nur Gegner, also quasi untote Gegner in diesem Dungeon von Red 13. Und ja, das alles hier gab es nicht. Die wurden dann auch nie wieder erwähnt. Die waren da einfach, ne, wir haben die besiegt und fertig. Deswegen gerade sehr spannend hier für mich. Alter, die Mucke. I've been dead into Furgatory, Eternal. We shall not rest to the meeting of this power. Why now? We shall not rest to the meeting of this power. Let's do this. Deal with that. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Also, diese Ability hier, ja, die soll anscheinend random irgendeine S-Bei-Fertigkeit benutzen. Und genau das tut sie auch schon. Was? Suck on this. Suck on this. Sauge an diesem hier. Suck on! Ich mag die Typen übrigens, weil die sind echt gut, um diese Abilities zu lernen. Das ist echt nice. Du brauchst meine Hilfe, oder? Oh, du gehst wirklich! Nein! Ich komme! Stopp, Versteinerring! Oh, sind wir jetzt tot? Okay, fuck! Egal, ich krieg trotzdem die Erfahrung, glaub ich. Da habe ich es wohl ein bisschen zu lange herausgezögert. Du bist, aber keine Chance. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, shit. Ich vergesse immer, dass wenn ich dann dodge, wenn ich den rausrufe und dann dodge, dann steigt der wieder ab. Vergesse ich jedes Mal. Ich bin ein bisschen drowsy. Ich bin einig. Ich bin einig. Wir müssen uns zusammenbleiben, aber wir müssen uns wiederholen. Komm schon! Du kannst mich nicht erwarten. Ich bin auf dich. So, dann lass mal gucken, ob es gezählt hat. Okay, okay. Hat anscheinend nicht gezählt. Schade. Okay, also ich weiß, dass Erfahrungspunkte und FP, die behält man. Aber, okay, anscheinend behält man die Fertigkeitspunkte für die Waffe. Die behält man anscheinend nicht. Ich bin jetzt mal so dreist und hocke mich einfach nochmal hin. Oh, du machst nach dem Gym noch Sauna? Let's go, man. Das ist ein richtiger Luxus hier. Die Mucke ist ultra laut. Warte, was sind denn das für Viecher? Okay. 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 We'll see you next time. Cool. So, jetzt chillt mal. Lasst mich doch bitte nochmal ran hier. So. So, dass ich hier mein bebendes Ende machen kann. Und, zack. So, Geschicklichkeitsbonus. Wunderbar. Bam. Okay. Das ist mit dir. Kannst du vielleicht auch mal irgendwas machen? So, er muss ja mit seiner Fähigkeit einen niederstrecken. Ich habe gerade die perfekte Chance hier bei dem. Und. Ja. Ja. Okay. Vielleicht ist das, vielleicht ist der Summon auch nicht besonders gut, um das zu lernen. Oh, ich bin schon wieder tot. Hier kommt er. Ja. Ja, ich kann ja ein Reservekommando machen. Hier, der Mokri-Klatscher. Perfekt. Oh, und dann ist er tot. Die Kacke ist halt, äh, die, die Lanzenträger, die reflektieren Schaden. Also, einerseits sind die cool, zum, äh, Abilities lernen, weil die sterben halt nicht so schnell. Andererseits sind die halt sehr nervig dafür. Wegen dem Reflecting. Salvation will be ours. Do it! Salvation will be ours. Whatever. Oh, let's do it. That'll do. Ich mach, ich mach mal einen davon kaputt. Und dann probier ich den anderen zurück zu benutzen, die Sachen zu lernen. Oh, okay. Jetzt hab ich fast noch einen mitgekillt, schade. Ja. Ach. Äh. Warte mal. Vielleicht mach ich dem irgendeine andere Beschwörung rein, mit der das ein bisschen einfacher geht auch. Das Schokobutzeug ist halt nicht so nice dafür. Ich könnte ihm, ich geb ihm einfach Ifrit, weil die sind ja auch schwach gegen Feuer. Schokobutzeug habe ich drin, weil der auch einen Glücksbonus gibt. Aber ich glaube, mit Ifrit ist das einfache, die Abilität dazu meistern. Aber ich glaube, mit Ifrit ist das einfache, die Abilität dazu meistern. Ich muss leider mal schnell hingehen. Und ich muss tatsächlich das noch ein bisschen leiser machen. Mir gehen die Stimmen hier wieder viel zu viel unter. Mir geht's. Es ist nicht zu existieren, sondern eher zu nicht mehr existieren. Die ultimate Salvation ist nichts? Jay? In der puresten Materie haben wir unsere Hoffnung und Hoffnung gelegt. Das kann doch nicht wahr sein. Oder ist das ein Lied? Ah! Okay. Da unten steht halt als Beschreibung, lege die Lautstärke bestimmter Lieder in den Zwischensequenzen fest. Warum würde ich also davon ausgehen, dass das hier als Lied zählt? Okay. 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 Also das ist quasi jetzt eine Erklärung, woher die schwarze Materia kommt. woher die Schwarze her ist nein, woher die Schwarze hat, woher die Schwarze die hat. Wir haben es nicht, egal wie viel sie wollen. Ich weiß nicht, wie weit wir das können, aber für heute, wir spielen. Oh, Hexer? Warte, den? Doch, den habe ich schon. Hexer? Er läuft dann auch so langsam. Wo ist denn? Ja, mach doch was, Hexer. Ey, ohne Scheiß. Der macht mich fertig, der Typ. Der macht mich fertig. Ich hasse ihn. Guck mal, wie easy das mit Barret ist. So easy. Aber nee, Mr. Catchy, der muss wieder so auf Mr. Special machen. Kupo. Kupo. So. Beschwörungskunst auf den Hexer. Go. Okay, er hat es trotzdem gemeistert, weil ich es so oft gespammt habe. Er kommt, komm, bevor ich jetzt wieder sterbe. Wir machen jetzt erstmal den Hexer hier. Oh, okay, ich bin verstanden. Sehr gut. Das ist sehr gut. Wo ist denn hier Anti-Stein? Gott, nein. Ist Teil von diesem Mokri-Klatscher, dass er sich selbst Schaden zufügt? Ich finde diesen Charakter so frustrierend. Ich wette aber, ich wette, der ist mega gut, wenn man genau weiß, was man tut. Aber ich finde den so frustrierend zu spielen. Fuck, ey. See he's boiled, skies shakered, und time stopped. You all might be to survive the chaos and calamity. Those who did began a new life here. Hey, no thing! We were not welcome. Not in life nor in death. Ja, es ist nicht nur Luck. Ich finde ihn halt auch sehr... Also, ich bin halt so ein Freund von sehr schnellen Charakteren. Also, deswegen mag ich Tiefer zum Beispiel sehr, sehr gerne zu spielen. Weil die geht halt mega ab. Die rast dadurch wie sonst was. Und er ist halt super langsam und... I don't know. Ist einfach nicht so mein Charakter. Don't overdo it. Leave it to me. Let's try that again. Und diese Kupo-Beschwörungskunst ist halt auch so eine Sache, weil... So von der Idee her, wow, cool. Wir können quasi mehr oder weniger kostenlos eine Summon-Ability benutzen. Aber... Es braucht irgendwie ewig, bis es funktioniert. Ich lerne jetzt erstmal mit Barret seine Ability. Und dann gucke ich, dass ich die Hexe da totkrieg. Dann können die nämlich nicht mehr wiederbeleben. So. Jetzt sind die... Okay, okay. Jetzt sind die zwei. Jetzt kann ich ja nochmal probieren. Aufsteigen. Beschwörungskunst. Ach, das hat ja auch einen Cooldown. Ja, stimmt. Das auch noch. Das auch noch. Oh mein Gott, er hat's gelernt. Gott sei Dank. Oh. Raus hier. Raus hier. Oh. Ich glaube, er hat mit viel Glück, hat er genau als die Summon-Ability losgegangen ist, hat er dann auch einen Gegner gekillt. hat deswegen den Geschicklichkeitsbonus bekommen und hat es deswegen dann instant gelernt. Och. Och. Gut. Gut. Jetzt schnell weg damit. Schnell weg damit. Jetzt kommt wieder unsere altbewährte Party hier. Oh. So. Was war das mit ihr? Okay. Einfach nur... Guck mal, wie easy das jetzt wieder ist. Einfach nur die Fertigkeit benutzen. Das ist alles. Einfach nur die Fertigkeit benutzen. Oh. Those not born of the Lifestream can never join its flow. One cannot return to that from which one did not arise. And so, our souls sought refuge here. Yet idleness brought no solace. Our days, a penance imposed by the planet for the sin of our existence. And now, our only wish is to be freed from this prison, to be granted true release. From the planet, we claim the greatest of materia, a most sacred treasure, and imbued it with our desire for freedom. Die weiße? Kommt die auch von denen? After an eternity, After an eternity, The materia began to stir, And thus did we rejoice, Knowing that salvation was within our grasp. We rejoiced, so convinced were we that our prayers for release had not been in vain. Yet the loathsome Cetra trespassed upon our lands and stole the treasure that would grant us deliverance. Therefore, we ask that you retrieve it, the Black Materia, key to our oblivion. Please, it alone can liberate us from this endless dream. The Geek cannot rest until our sacred treasure has been restored to us. Moreover, in redressing the crime of her ancestors, The Cetra may help us to let go of our ancient grudge. Where is it? It is said, The orb lies within a place of Cetra worship. A place of Cetra worship? Or temple? You know what? I have an idea. At least, I think I do. Forgive me, Hollow One, if I regard you with suspicion. Now, hold on there. I'm friend to one and all, thanks to my crystal ball. No matter your need, I have the right read. He's strange, but you can trust him. Really? Okay. Warum ist das sicher? Ich meine, er sieht aus wie eine Katze. Er kann eigentlich nur gut sein. Hmm. Hm. Huh? I... Guess we're back? Yeah. We need to get moving. Right! Du bist stolz, Dad. Bekomme dich einfach. Du, 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 du. Du, 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 du. Lass mich, dich an Bogenhagen zu besuchen. Bitte, diesen Weg. Hat der es die ganze Nacht hier rumgechillt? In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal zurückkommen. Der Klein-Ensinker. Die unverletzten Suckern denken, wir werden ihnen ihre Materie zurückgeben. Sie haben das ihre Verlust. Aber für mich ist es eher wie etwas mit dem Potenzial zu erzeugen. Nein. Wir lassen sie es nicht. Wir können ihn auch nicht machen. Er? Seferoth. Er? Keiner von ihm? Nein. Du bist der Experte. Wenn du sagst, dass Seferoth da war, dann glaube ich dir. Wait, wait, wait. So, are you saying Seferoth's after the Black Materia too? Probably. Better to assume he is. Well, Glenn! Let's roll, let's go! Hello there! Can't let anyone get between me and my Materia! So, Kate Sith, I gotta ask, how do you know about the Sentra Temple anyway? Uh, well, I, uh, I wouldn't say I know about it exactly. Not directly, anyway. What's that supposed to mean? I just recall some document or other discussing its existence. If we can get to a Shinra Terminal, I should be able to find it again. Terminal, huh? They set any up here? I think so. But I bet all Boogie will know for sure. Pfad der Heimkehr. Boah, ey, ich denke jetzt auch schon an den Tempel des alten Volkes. Das ist nämlich so ein Dungeon, wo man irgendwie so einen Pfad lang geht und kommt dann den anderen Pfad wieder raus. Also ein richtig verwirrendes Ding. Sie schwischen da auch Coie. Sie schwischen da auch Coie. So, where is it? Oh. What did become of that thing? Ah, yes. Now I remember. I was so fascinated by the technology it employed. I did some tinkering. Some tinkering, I say. Though it was quite a lot. But now it serves a decidedly more practical purpose. Oh. The effects do speak of one. And of the pains taken to conceal it. So. It does exist? Oh, ho, ho, ho. Perhaps, though I know not where it is. Huh? And even should you find it, I would urge caution. They were a star-crossed people. To follow in their footsteps is to court tragedy. Hmm. However, the rewards may yet outweigh the risks. Mama, ich will auch einen Red 13. Wo hast du ihn gesehen? Oh, äh, das Village Gate. Wir sollten ihn ausprobieren. Ja. Okay. Moment. Also ich kann jetzt reisen zwischen... Oh ja, okay. Hier soll ich. Okay. Okay. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Blessings of the planet be upon you. Are you in need of guidance? Nanaki! Is this man okay? He is, albeit rather weak. Not sure why, though. I know Mako poisoning when I see it. And this isn't it. Niebuheim. 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 Niebuheim ain't bad. We're Tifa and I grew up. Ah! Of course! Niebuheim had a terminal. I'd bet my whiskers on it. It, uh, had a terminal. Cloud, remember what you told Guillian attack back there? That I might be weird, but you can trust me. That I'm on your side. It's not that. Mmm. Es ist halt abgebrannt. Schüttt! Wo ist sie? Proto-Relic-Energie-Signature confirmiert. Und relativ nahe zu dir. Während das Signal auf der stärkeren Seite ist, könnte es als ein guter Ort beginnen. Ich sende dir die Koordinatoren sofort. Du 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 du. Oh boy. Als erstes will ich hier hin. Du 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 du. Du 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 du. und dann schnappt ihr ne Mission. Okay. Seminarraum, Sternwarte. Hm, 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 hm. Seminarraum, Sternwarte, Jo. Here we go. Guten Abend, komm zurück. Ah, du wieder, Nanakies Kumpanien, ja? Entschuldigung, ich habe mich noch nie zu erinnern. Ich bin Cäsar, einer der Kumpel-Mentoren. Jetzt, um zu answern, your question. Rather vile Fiends have been sighted in the veil. Ones believed to be portents of calamitous ruin. Mhm, mhm, mhm. Krass, Skorpione, okay. The creatures have been observed on many occasions in times long since past. But always has our planet risen to the challenge. Brought her might to bear and staved off disaster. It is through this unique celestial event that the planet provides us with proof of her victory. As you can see from these photographs. Once the cataclysm has been averted and our world stands triumphant. Gloriously resplendent comets grace the heavens. Huh. But I don't see anything like that in the world. Yeah. Schwanzus longus. Vigus edikus. They are far from our current location. Perhaps we simply cannot see the miracles from here. The falling stars may have left their marks in the skies elsewhere. We're gonna go look for them. As if you don't say no for an answer. Truly? You would do this for us? It would be a great weight off our shoulders were you to find them. If you are serious, I suggest visiting the three locations in which the Fiends were last seen. The signs we seek may show themselves there. Here. Use these reference materials and this recording instrument. Photograph the comets you spot. Though try to ensure your pictures hatch hours. Blessings of the planet. Denn die sind so richtig schön. Mach das und dann kommen die Skorpione nicht. Oder so irgendwas in der Art. Do 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 do. Are you in need of guidance? I am in need of Sternwarte. Thank you very much. Wo ist Bogenhagen, der alte, krasses Sack? I need you for quest now. Bogenhagen, where are you? Oh, there you are. I'm trying to hunt down my tools. I must have buried them awfully well. But where? Fieldwork? At your age? Yeah, I don't know. Maybe you ought to let us handle it. Well, treating me like I'm some invalid? I'm the very picture of health. Das war so klar. Ich wusste, dass das kommt. Das war so klar. Classic, Alter. Soll your pride and let us take care of whatever it is. You stay and rest. Well, I suppose I should take you up on the offer while you're still here. Very well. I'll let you assist me. Good. Now, lay it on us. In truth, something has been troubling me as a flick. Take a look at this field report from my previous survey of the Life Springs in our local region. Are you sure this is accurate? It was at one point. But life springs are mutable. They rarely remain in one location for long. Indeed, such events move periodically. Nothing unusual about that in the least. However, it is not their positions which... However. What the survey team has reported. Mm-hmm. Perhaps this fact-finding expedition of ours will clear things up. I would have you visit this site first. There. Measure the Marco frequency using this meter of mine. All right. All right. We'll do. All right, Grandpa. Let's go. Ach so, das ist wieder so. Ja, ja, okay. Mit Notizen vergleichen, Ding. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Yo, 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 yo. We got you dead. Der ist da hin. Der ist da hinten. Der ist da unten irgendwo, oder? Das will ich nicht mal. Also auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall da unten mal hin. In den actual Canyon vom Canyon. Wie komme ich da runter? Schoko, Bro? Einfach springen. Das hier ist nicht mehr die Only Up Map von Elia bald. Bitte beachten. Es muss doch möglich sein, mit den Dingern da irgendwas zu machen, oder? Ach. Streamer. 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 Er hat es geschafft. Und jetzt. Ich habe gerade viel zu viel Spaß. Es tut mir leid. Das coole ist, ich kann jederzeit wieder nach ganz oben teleportieren und dann wieder runtergleiten. Das ist super nice eigentlich. Irgendwie habe ich gerade fast Bock, dass wir einfach mal zuerst alle Funktürme machen und dann erst so nach und nach die anderen Sachen. Das mache ich sonst nie, weil es irgendwie ineffizient ist, aber hier geht es ja eigentlich echt gut. Weil ich kann ja einfach jetzt wieder hoch und dann zum nächsten Turm fliegen. Ich dachte erst auch, weil der sei ja ziemlich sass aus, der Stein. Ich habe auch extra geguckt, ob da irgendwas ist, aber da war zum Beispiel nix. Aber es gibt bestimmt auf irgendeinem, gibt es 100 pro, gibt es da irgendwo, äh, da gibt es 100 pro, hier Dings, äh, irgendeine Schatztruhe oder so. Basti, hi. Auf dir mal wieder ein herzliches Willkommen. Willkommen, Willkommen. Ich hoffe, alles wird bei dir. Nicht zugeschlaucht von deiner Nachtschicht immer. Wir sind gerade wieder so ein bisschen am Chillen. Gerade wurde der Chill-Mode wieder aktiviert und wir machen hier so ein paar, äh, so ein paar Questies. Beziehungsweise wir erkunden die Region. Hier kann ich, glaube ich, dann auch runterspringen. Ich, ich probiere mal, ob ich zu dem hier fliegen kann. Ach, und da unten sind die, ach, guck mal, und die Dinger da unten sind jetzt alle in Betrieb. Oh, das ist ja ultra nice. Jo, jetzt können wir richtig lange fliegen. Du bist gerade geschlafen. Richtig so, Mann. Richtig so. Das, das ist ein guter Rhythmus. Es wäre genau mein Rhythmus, müsste ich nicht mit anderen Menschen agieren. Das hier ist definitiv mein Lieblings-Schokobo bisher. Das ist mega nice mit dem Fliegen. Das ist richtig funny. Alter, was ist das so, yo, okay. Jetzt post mal nicht rum, bei wie vielen Leuten ihr gesuppt seid, ey. Wer, wer hat hier die meisten Sub-Emotes? Wer von euch ist bei den meisten Streamern schon ein Sub? Einen Cozy-Emotes brauchen wir noch. Ja, sowas wäre geil, so ein Cozy-Emotes. So ein Glumander, der irgendwie so voll eingewickelt ist in so eine Decke. Kannst du mir sogar richtig gut vorstellen. Definitiv nicht. Womit wir wieder bei den Namenwortwitzen wären. Jetzt sinkt das Niveau wieder tiefer. Kann ich dann auch einfach hier... Kann ich da einfach so drauf hopsen irgendwie? Okay, hier glaube ich nicht, aber da vorne, da kann ich ja auf jeden Fall hochlaufen. Super geil. Beste Region. Ja, das ist ja, das ist ja mega nice. Oh shit. Ich sollte vielleicht auch noch fliegen. Höhöhöh. Du, 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 du. Ich hab Bock, den Dingern hier zu folgen. Ich weiß gar nicht, warum ich das machen sollte, aber ich mach's einfach mal. Oh ja, nicht vergessen, einkaufen, Leute, weil Ostern und so, ne? Ach, warte, es gibt... Es gibt noch mehr Parcours. Also auch mit Punkten und so. Oder, oder, oder. Oh shit, yo. Fendi Baba. Vielen, vielen Dank für den Raid. Willkommen, ihr Lieben. Wir erkunden hier gerade mit unserem neuen Flug-Schokobo den Cosmo Canyon. Wir haben sehr viel Spaß mit dem Rumfliegen. Willkommen, willkommen. Grand Blue Fantasy. Oh. Schade, dass der Nils nicht da ist. Der kennt sich damit auch super aus. Wie läuft's bei euch? Alles cool? Oh, da ist ein Vogel. Ja, Musik ist mega, mega. Warte, ich gebe dir mal noch ein, ich gebe dir mal noch ein cooleres Shoutout. Hier, das Special Twitch Shoutout. Dass die Leute sich auch, äh, direkt einen Speicherstand anlegen können. Verdummts. Ich glaube, ich laufe sogar richtig. Also ich glaube, der, ich glaube, das führt uns zu so einer Quelle hier. Auf geht's, Vogel. Hier rein. Jo, nice. Ach, oh, ich hab mich vertan. Ich hab mich vertan. Ich hab mich vertan. Weil du der Erste, was der gepostet hat. Ich hab mich vertan. Es tut mir leid. Buddy, es tut mir leid. Du kriegst natürlich auch nochmal einen. So, da. Ich muss eine Minute warten, bevor ich einen neuen Shoutout geben kann. Danke, Twitch. Danke, dass ihr mich immer so unterstützt in allem, was ich tue. Und, äh, eure Systeme immer genau das tun, was wir Streamer von ihnen wollen. Hallihallo. Euer Paket ist angekommen. Ich hab's noch nicht geöffnet. Aber es ist schon angekommen. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Bestimmt vieles Leckeres. Bim, 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 bim. Ach, guck mal da. Ein Synthese-Chip wieder. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. So. Redemption. Redemption. Da, Leute. Der liebe Paddy hat uns geradet. Der, die liebe Paddy. Direkt mal vorbeigucken. Wenn ihr euch auch für JRPGs interessiert. Und das tun wir definitiv. Ach, Mann. Warum bin ich immer so verpeilt? Ach, guck mal. Der ist direkt hier. Oh, shit. Könnt ihr direkt mal vorbeischauen. Moment. Ich geh hier erstmal. Ich geh erstmal da hoch. Wenn ich nicht wie ein Trottel gegen die Wand laufe. Wer bin ich denn hier überhaupt? Ist das irgendwie... Oh, schnüffel. Schnüffel, schnüffel. Hi Paddy. Vielen, vielen Dank für den Raid. Ich war so nett. Ich hab sogar direkt noch einen deiner Viewer geshoutoutet. So großzügig bin ich. Ich muss gestehen, ich hab's verpeilt. Ich hab's verpeilt. Ich hab dir gedankt und hab dann... Hab dann den lieben Speicherstand... Hab ich geschoutoutet erstmal. Aber jetzt hast du auch einen bekommen. Ich nehme an, du bist auch, äh... Du bist auch ein großer Freund von JRPGs wahrscheinlich. Wenn du hier bei, äh... Rebirth vorbei raidest und Grand Blue Fantasy gestreamt hast. Das Spiel ist... Großartig. Also... Ich glaub, bei meinem Chat kommt das mittlerweile schon aus ihren Ohren raus. Wie sehr ich das Spiel lobe. Aber... Ich bin sowas von begeistert. Es haut mich wirklich komplett aus den Socken. Ich bin schon... Ich bin schon sehr, sehr lange Final Fantasy Fan. Also ich würd sogar sagen, das ist mein liebstes Franchise überhaupt. Und ich war ehrlich gesagt... So nach Teil 10... Immer so ein bisschen so, äh... Nee, irgendwie... Ist es das nicht so ganz für mich. Und, ähm... Mit Ausnahme von 14. 14 liebe ich auch. Spiel ich auch sehr viel. Aber ja, also... Das Spiel, holy fuck. Meine Erwartungen waren... Sowieso schon hier. Und jetzt wo ich spiele... Ist einfach nur... Das Spiel ist halt da. So fucking... I don't know. Rakete schießt einfach nach oben. Das ist... Das ist Wahnsinn. Ja, es ist... Das ist crazy, man. Ohne Witz. Also was ich die letzten Tage schon öfter gesagt hab, ist... Ich kann fast nicht fassen, dass dieses Spiel überhaupt existiert. Vor allem, weil die ja gleichzeitig noch während der Entwicklung ja auch an 16 gearbeitet haben und so. Und 16 fand ich den Anfang gut. Ab der Mitte fand ich es nicht mehr so geil. Und da hatte ich wirklich schon Angst bekommen, dass das hier irgendwie, ich weiß nicht, super linear wird oder so. Meine größte Angst war, dass sie das mit der Weltkarte nicht ordentlich umsetzen. Dass sie halt so ein ganz lineares Spiel machen, wo du halt gar nicht diese Größe der Welt mitbekommst. So wie es zum Beispiel halt in 10 zum Beispiel hat es damit schon angefangen. Dass es halt nicht mehr eine Weltkarte gab, wo du wirklich rumlaufen konntest, sondern dass es eher so Abschnitte, so Levels waren. Und es ist einfach so krass, wie sie es umgesetzt haben. Es ist so geil, man. Ich liebe es. Es ist einfach so gut. Ich bin schon fest überzeugt, dass das hier wahrscheinlich mein Game of the Year werden wird. Also egal, was da jetzt noch groß kommt an anderen Spielen. Das hier ist einfach so genial und so gut. Es ist... Es ist bam. Einfach bam. Genau das habe ich auch gesagt. Das Pacing ist so fucking gut. Du hast immer Abwechslung. Immer. Es wechselt sich immer ab zwischen... Da ist jetzt ein Minigame. Jetzt kommen Kämpfe. Jetzt kommt Story. Jetzt kommt irgendwie so Chillaxen mit den anderen Charakteren, wo du ihre Affinity-Höhe machen kannst. Und dann... Exploration. Das, was wir hier gerade machen. Und hier und da. Und es ist einfach... Das ist Final Fantasy für mich gewesen immer. Das Erkunden. Die geile Story. Das... 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 Das Leveling. Also, dass die Charaktere stärker werden. Dieses Gefühl. Und halt die Minigames immer dazwischen. Und... Oh. Ich habe das so oft vermisst in den letzten paar Games. Und jetzt ist es einfach da. Und... Besser denn je. Und einfach nur super geil. Und ich versuche jetzt die ganze Zeit hier diese... Moment. Wo sind... Ich hoffe hier die ganze Zeit im Kreis. Wo sind denn die Synthese-Chips? Sind die da unten irgendwo? Ich glaube ja. Das kann ich nicht fotografieren. Ja. Einfach nur geil. Und ich hoffe, dass sich das Spiel so fucking gut verkauft. Dass die richtig merken. Okay. Vielleicht mögen die Leute das so. Auf die Art. Ne. Mit den ganzen Minigames. Und mit dem Humor. Und allem drum und dran. Und nicht einfach nur so. Keine Ahnung. Was wir in den letzten Jahren immer öfter versucht haben, ist... Immer weniger so Strategie und so rundenbasiertes Zeug zu machen. Und halt immer mehr... Immer mehr auf Action und Realtime Combat und so. Und ich finde, die haben hier mit dem Kampfsystem auch sowas Geiles gemacht. Das Kampfsystem ist halt auch so... Es ist halt ideal. Weil es macht Leuten Spaß, die noch die alten ATB-Kampfsysteme mögen. Und es macht Leuten Spaß, die halt mehr so auf... Realtime Action stehen. Es ist einfach... Es ist perfekt. Perfekter Spagat. Alles perfekt. Habe ich eine Lieblingsgruppe? Hm. Gruppe so im Sinne von Party. Party Member meinst du? Ist schwierig. Also ich habe momentan... Tatsächlich die Party... Mit der ich auch zum ersten Mal das Original damals gespielt hatte. Das sind nämlich Red 13 und Aerith. Und ich dachte mir, es passt irgendwie, dass ich die hier auch zum größten Teil benutze. Weil das ist für mich einfach Nostalgie pur jetzt. Aber tatsächlich mag ich die alle relativ gerne in dem Spiel. Sind alle sehr cool umgesetzt. Der einzige, den ich nicht so ganz mag... Und das ist genau hier, wie auch im Original, ist... Er ist catchy. Oder Kate Sith. Wie auch immer man ihn nennt. Weil ich stehe nicht so auf extremes RNG. Aber ich muss mit dem Schoko-Bohr. Das ist so der einzige, mit dem ich nicht so ganz klar komme. Aber dafür finde ich super geil, wie er umgesetzt wurde vom Charakter her. Und der Synchronsprecher macht das auch so geil. Dass der sich halt... Also dass der die Stimme halt so... Mit diesem, ich glaube schottischer Akzent ist es. Dass er den benutzt, wenn er halt als die Katze rede. Und es klingt halt so anders als Reef. Richtig geil. Und ich habe es gerade auch voll gefeiert. Ich feiere sowieso. Ich feiere die englische Synchro vor allem. Ich war ja hier gerade beim Cosmo Canyon angelangt. Und ich finde es so cool, wie die das umgesetzt haben mit diesem... Dem Switch von Nanaki. Also Red 13. Im Original hattest du ja nur den Text eigentlich. Und musstest dir dann so denken, okay, also irgendwie redet der jetzt gerade so ein bisschen mehr kindisch. Und es ist so geil, dass der halt hier wirklich die Stimme komplett anders benutzt. Das ist so gut. Ich hoffe, dass es in den anderen Sprachen genauso gut umgesetzt. Ich habe ehrlich gesagt noch keine andere probiert. Aber ja, ganz, ganz großes Kino. Richtig cool. Die, 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 du, 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 du. Oh je, jetzt haben wir wieder ganz viele neue Synthese-Rezepte. Jufi fand ich am Anfang so ein bisschen komisch. Ähm, weil die ja einen ganz besonderen Spielstil hatte mit den Ninjutsus und so. Weil nachdem ich sie jetzt so ein bisschen ausprobiert habe und so. Richtig geiler Charakter auch. Die ist vor allem super, einfach so um, um, äh, die Gegner in den Schock-Zustand zu bringen. Die kann das so schnell machen. Vor allem in diesem, äh, hier der Naruto-Move, der, der Bunjin. Der Klon, den sie hier rufen kann. Dass du da einfach doppelt so viele Attacken drauf schmeißt. Das ist so geil. Barret ist die beste Waifu. Das ist natürlich auch wahr. Ich glaube, da, da kann keiner was dagegen sagen, dass Barret definitiv die beste Waifu ist. Ich shippe den auch, ich shippe Barret auch absolut mit, äh, Red 13. Ich glaube, die wären ein richtig süßes Paar, oder? Ja, da sind wieder Hasen, ja. Die Hasen verbuddeln was. Ja, da, da bist du bei uns sowieso richtig. Ich, ich liebe JRPGs und ich liebe auch Japan allgemein. Ich liebe Anime. Ich gucke auch witzigerweise, ich gucke fast nur Anime. Ich muss aufpassen, bei wem ich das sage. Weil ich glaube, manche Leute denken dann, ich wäre so ein super Weirdo, aber... Eigentlich bin ich nur ein normaler Typ, der total auf Anime steht. Ja, so normal wie es geht. Aber ja, ich gucke fast überhaupt keine Live-Action-Sachen. Ich gucke nur Anime. Ihr guckt auch nur Anime? Ja, perfekt. Ja, ich weiß nicht. Das ist für mich einfach so... I don't know. Weißt du, wenn ich Realität will, dann kann ich einfach die Haustür aufmachen. Und bei Anime finde ich es halt so geil, weil das halt so weit entfernt ist teilweise und so übertrieben von der Realität. Da habe ich einfach mehr Spaß mit. Das ist für mich einfach bessere Unterhaltung. Das ist so meine Begründung dafür. So, den Gryphon, den haben wir noch nicht analysiert. Einmal Analyse. Zack. Ich hoffe, es gibt kein Achievement für alle Sachen analysiert im Spiel. Weil ich habe definitiv schon mal einen Boss verpasst oder so. Ich bin hier für euch. Kriegt ihr das einmal pro Kampf oder einmal pro Kreis? Show mir, was du tun kannst. Zu viel? Oh. Einmal pro Kreis. Okay, das ist ja super easy. Ja, das ist mal eine schöne Ability. Sehr leicht zu lernen. Es ist eh allgemein, der Soundtrack hier ist sowas von geil. Bei mir klingelt es gerade an der Tür. Eine Sekunde. Also, kann ich auch sagen. Das war ein Klingel. Hallo? So, die sind invitation. Da bin ich wieder. Ich bekam noch ein Paket. Das hätte ich fast vergessen. Wo war ich? Äh, Soundtrack. Wahnsinn. Das ist einfach, also allgemein, genau was du schreibst, genau was du schreibst, allgemein diese Liebe zum Detail auch teilweise. Ich habe wirklich noch aus dem Original, ich habe so viele Szenen noch so in meinem Kopf und auch Dialoge teilweise. Und ich finde es so geil, wie nah die teilweise immer am Original dran sind. Es ist so geil umgesetzt einfach. Und der Soundtrack ist halt auch atemberaubend. Ich habe mal gelesen, wie viele Tracks es gibt insgesamt. Es waren mehrere hundert oder so. Es ist einfach Wahnsinn. Also, wie viel Zeit und Energie und Arbeit einfach in dieses Spiel eingeflossen ist. Es ist wirklich so, ich weiß nicht. Wirklich so ein Geschenk einfach an die Final Fantasy Fanbase. So ein Liebesbrief einfach. Richtig gut. Ja, ist echt so, ist echt so. Granblue konnte ich mir noch gar nicht so richtig angucken. Ich weiß, dass einer unserer Zuschauer hier, der spielt das auch gerade oder hat es gespielt. Sehr intensiv. Weil ich habe noch gar nicht so richtig Gelegenheit gehabt, da reinzugucken selbst. Der Turm ist da oben. Ich glaube, da kann ich hochfliegen. Oh, ich vergesse mal wieder zu viel. Ich vergesse immer R2 gedrückt zu haben. So, wenn ich da vorne jetzt noch hinkomme. Das Spiel hatte Mitleid. Scheiße, ich schaff's nicht mehr, oder? Aber fuck. Okay, Moment. Ich habe eine coole Idee, Leute. Mal gucken, was funktioniert. Nein, ich bin nicht am Zielort angekommen. Das ist eine Lüge. Nein. Okay. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Ach, du hast auch gerade erst mit dem Streaming angefangen. Ah, das ist ja cool. Ja, dann willkommen in der Welt von Twitch. Es gibt viel Gutes, es gibt viel Schlechtes. Gib dir Mühe, nur das Gute mitzunehmen. Wisst ihr was? Wir gehen mal hier zum Mokri-Haus. Ich habe Bock auf Mokris. Wie bei Yoshi-Aufsch... Ja, genau das. Genau das. Wo ist Moogle? Hier auf der Klippe? Moment, ich entferne mich. Warte, was? Der ist irgendwo... Ich glaube, der ist weiter oben. Probieren wir es mal hier. Deine Freundin streamt schon länger. Alter, Streaming-Couple. Ist ja auch nice. Da ist es. Das ist jetzt Schabernack Stufe 6 oder so. Der Bericht kann auf jedem Schwierigkeitsgrad abgeschlossen werden. Oh. Natürlich nochmal. Wir sind doch keine... Keine Journalists hier. Oh-oh. Oh-oh. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit für den Schabernack. Oh-oh. Ha! Eins. Nein Rein in den Wirbelsturm Jawoll Einmal packen Rein Der Bananentyp Der erwischt mich so oft Weil ich irgendwie die Bananen nicht sehe Weil ich blind bin Hier wie zum Beispiel Die eine Banane da im Schatten Das war wieder so richtig Fies Ja und der ist auch hart Weil der spammt immer so als Wäre irgendwie so ein Toho Charakter Fucking Bulletail Okay Das war close Ah ne jetzt krieg ich den nicht da rein Nein Oh nein Wenn ich das jetzt verkackele Das ist der letzte Das ist der letzte Und jetzt Jo alles klar Nochmal vielen Dank für den Raid Und die netten Gespräche hier Man sieht sich Schau auch mal bei dir vorbei Ey Ich bin irgendwie gerade Was ist Ähm Ein Problem hier Gerade Mann vor allem Ey ich kann dann Ah Nein Ich war so gut Und jetzt Bin ich so schlecht Okay okay Wir müssen das mit Ruhe Mit Ruhe Okay Hier Wirbelsturm Und jetzt Die richtige Angle Okay So Crap Go 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 Direkt richtig ausrichten Genau so Dass ich nur noch hier stehen muss Und dann Wetter da rein Komm 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 Ja We did it Oh Oh Okay Ich glaub dann ist es jetzt Ziemlich sicher Dass das Spiel noch bis Nibelheim gehen wird Und die letzte Region Ist im Nibelheim Hm Okay Jetzt denke ich gerade Über was bestimmtes nach Wenn das Spiel Oh Gott Ich überlege gerade Wo sie das Spiel Beenden würden Da gibt es Sehr sehr gemeine Stellen Wahrscheinlich ist es Genau da Ähm Ja Wie komme ich denn da hin Der ist irgendwie da so Der ist so auf dem Gebirge drauf Irgendwie Kriege ich den vielleicht Von hier aus Die sehen aus wie Koalas Stimmt So ein bisschen Ja Kann ich hier nicht einfach Runterspringen Geht das Oh mein Gott Er will Ja Ich weiß du willst Nicht auf die Farm Komm Hier spring Will er nicht Ich will aber auch nicht Ich will nicht den Parcours starten Ich will einfach nur Runterfliegen Das ist ja auch ein Parcours Das ist auch ein Parcours Wo ist der Flugplatz Ich glaube halt Ich glaube auch Dass wir auf jeden Fall Noch mal gegen Sephiroth Als Endboss kämpfen Ich denke da hast du recht Es ist wahrscheinlich Das ist wahrscheinlich So ähnlich wie Im ersten Auge Könnte ich mir sehr gut Vorstellen So Wir wollen noch Nicht wegfliegen Müsste da halt irgendwie Runter kommen Aber Da unten ist auch Eine Rampe Ich brauche eine Rampe Die ich wirklich nehmen kann Um runter zu kommen Ich will hier nicht Den Parcours machen Upsi Ich bin mit einem Ich bin mit einem Ich bin mit dem Geh die Leads Ich bin mit dem Ich bin mit dem Die Magiekreis Okay Fertigkeit gemeistert Das war's. Hier muss man doch irgendwo fliegen können. Da. Äh, nee. Dazu muss ich ja auch. Ja, fuck. Ich muss da runter. Ich glaube, worst case ist, dass wir wirklich da unten irgendwo hochfliegen müssen, um hier hinzukommen. Ist das vielleicht wirklich das, was sie wollen? Hier. Ah, okay. Der ist anscheinend nicht abgesperrt. Okay. Oh nein. Ach, ich bin so. Shit. Wie haltet ihr das eigentlich mit mir aus? Ich hab's schon wieder gezahlt. Ich mein, natürlich wollte ich hier unten hin und, ähm, wollte mir die Bank, ich hab nämlich gewittert, dass hier unten die Bank ist. Ja. Okay. So. Wir stellen fest, hier unten ist nix. Ach. Ach. Ach so. Okay, Parkour kann ich nicht nehmen. Aber Flug, Parkour kann ich nicht nehmen. Ah, okay. Okay. Ich glaube, ich hab gelernt. Ich glaube, ich hab gelernt. Okay. Jetzt gedrückt halt. Ich schaff das. Ich schaff das. Tal der Binde. Ein Schatzverstecker. Da ist einer. Kosmotit. Wenn eine normale Titte nicht erreicht. Kosmotit. Wo ist denn die andere, Schatz? Da müsste es doch noch eine geben. So, vielleicht, wenn ich hier weiterfliege. Okay. Okay, dieses, dieses rote Rot nervt mich. Da ist die andere Truhe. Chips. Welche Chips sind deine Favoriten? Bei mir ist es meistens so, je schärfer, desto besser. Ja, momentan bin ich so voll auf den Geschmack gekommen von diesen, ähm. Was sind das? Die Crunchchips Western, glaube ich. Western-Style oder so. Die haben einen richtig guten Geschmack. So, wie komme ich denn zu dem Foto hier? Linsen Chips Barbecue Star. Das klingt auch gut, ja. Wie komme ich zu diesem Foto-Dings? Es sieht ja fast so aus, als wäre es ein bisschen höher gelegen. So auf einem... Berg oder so. Ja, angeblich ist es 90 Meter vor mir. Vielleicht mal da vorne. Ist das da vorne vielleicht der... Ah ja, da vorne ist ein Foto-Ding. Let's go. Hier mal ein Foto. Zack. Snap. Sehr, okay. Hat das geschafft. Die haben hier so ein paar lustige Quests. Ich mag die. Ach, warte mal. Au, vielleicht kann ich ja doch von hier... Genau, diese Foto-Side-Quests, da geht es ja um Sternenbilder, richtig? Vielleicht kann ich das ja einfach von hier aus sehen. Ah. Das müsste halt in die Richtung irgendwie sein. Das müsste halt in die Richtung irgendwie sein. Oh, ich sehe nix. Ich sehe gar nix. Kann man da vielleicht doch irgendwie von der anderen Seite kommen? Leicht. Okay. Ach, shit. Mein lieb Schokobo. So, da vorne der Turm. Geschafft. Ah ja, ich glaube, ich gebe ihr wieder den anderen Start, der mehr Slots hat. Ganz ehrlich, also mehr Slots... In den meisten Fällen sind mehr Slots besser als ein bisschen mehr da. Das ist okay, ich bin okay. Ach, gotcha. Brass dich auf. Ja. Ich habe es gut gemacht oder ich habe es gut gemacht. Bam. Ich wollte gar nicht aufsitzen. Und das ist ja auch mal großzügig. Der schaltet direkt hier unten. Eine Seltenheit. Oh, wow. Okay. Der hat sich gelohnt. Yes! Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. So, warum kann ich hier nach ganz oben klettern? Wenn es da unten schon ist, das Ding. Wegen dem hier. Okay. Hat sich nicht gelohnt. So. So. Oh, da unten ist auch ein, äh, Dings. Das uns wahrscheinlich hier hinführt. Die Jagd? Wo ist die? Scheiße, ist der oben? Ah, die Jagd ist oben. Da müssen wir doch immer fliegen. Also, wenn es hier schon einen Flug-Schokobo gibt, was gibt es denn dann in der Nibel-Region? Das ist dann vielleicht ein richtig krasser. No, 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 no. Ein Prunkuiden? I got you. Weiche seinem Zornesbomber aus, um ihn Schock-Empfekt zu bekommen. Mach, mach, mach mal Zornesbombe. Okay. Setze ein Limit ein? Okay. Okay, Limit ist, glaube ich, mit Cloud am easiesten, wenn ich einfach blocke. Oh, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt richtig setze, dann schaffe ich vielleicht alles in einem Zug. Okay. Jawohl, das war gut. Dass die ausgerechnet, als ich den Limit Break bekommen habe, dass die ausgerechnet alle auf dem gleichen Spot waren. Das war richtig lucky. So, das ist geglückt. Führe mich zu Bahamut. Bahamut Arisen heißt der im Englischen? Interessant. Seine Kapazität für Destruktion hat die ausgerechnet der originalen Bahamut. Ach, deswegen ist das Neo-Bahamut, weil die Bahamut, die hatten den ja im Remake. Da habe ich gar nicht dran gedacht, stimmt ja. Was ist das da vorne? Oh? Ui, das ist so gut. Ne, Neo-Bahamut. Neo-Bahamut heißt im Englischen Bahamut Arisen. Anscheinend. Stein, du Gugelämpf. Den kennen wir auch noch nicht. Einmal steini. Einmal steini. раз для you. Watch out for high wins. Get ready. Go on! Cut! Es geht jetzt! Es geht jetzt! Es geht jetzt! Okay, meine Zeit ist jetzt! Jetzt! Wir beginnen! Das ist für dich! Wir sind in dir! Nein! Nein! Bahamut Kai. Also Kai wie Released. Ja, Arisen. Ja, ja, ja. Quasi der entfachte, der entfachte Bahamut. Der richtig krasse Bahamut. Ja, stimmt, ja, ja. Ich glaube, es wird mal Zeit für ein Kissen. Ich habe keinen Bock zu heilen. Hahaha. So. Hier müsste... Ne, ich bin schon wieder... Hä? Ist das doch wieder oben? Ich soll hier ja... Huch! Das... Entschuldigung, ich wollte nicht unter den Rock. Äh... Wir wollen ja hier diese Sternenbilder da fotografieren. Ich glaube, da muss ich auch wieder hoch auf dieses... Ja, da nach oben? Hm. Schatz, wie geht's da hoch? Ich muss... Ich muss allgemein irgendeinen Weg da hoch finden. Da ist nämlich ganz viel Zeug. Holen wir uns doch erst einmal diese Höhle da ab. Der Bahamut-Schrein, der erste. Krass im Rot gehalten. Christo Kahn. Hi. Na, wie geht's dir? Wir haben heute sehr viel... Oh mein Gott. Oho. 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 Duh-da-da-da. Duh-da-da. Duh-da. Duh-da. Okay. Oho. 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 Oh, fuck. Ah, ich habe, okay. Ähm. Dann wieder Viereck. Okay, okay. Let's go. Osterurlaub, yeah. Boah, sieht der... Okay, der sieht krass aus. Ich freue mich schon. Ja, die Materie, die wir noch gar nicht haben. Sehr gut. Die Region mag ich irgendwie. Das ist so ein bisschen... So ein bisschen Puzzle-mäßig auch. Weil man halt wirklich gucken muss, okay, von wo aus komme ich wohin mit dem Schokobo? Das ist cool. Wobei, to be fair, der Dschungel war auch schon so. Da muss man ja auch so ein bisschen rätseln. Aber das hier ist so ein bisschen... Das hier gefällt mir besser als der Dschungel. Weil hier hast du wirklich freie Sicht auch. Da siehst du genau, okay, da will ich eigentlich hin. Aber wie zum Teufel komme ich da hin? Ich dachte, das wäre normal. Ich dachte, das wäre normal. Ich dachte, das wäre normal. Ich dachte, das wäre halt so. Ah, okay. Es ist so. Ja, bei den Videocalls da, das ist irgendwie nicht so... nicht so synchron gehalten, glaube ich. Ich weiß nur nicht, ob das vielleicht sogar Absicht ist. Von wegen, ja, die Übertragung ist halt nicht so optimal. Kann ja auch sein. Jetzt kommt's raus. Jetly ist eigentlich nur eine Maschine. Ja, ist er... Das ist er sogar. Also, falls du es nicht wusstest, Jetly ist in der Tat nur ein Cyborg. Mai übrigens auch. Das sind beide einfach nur Maschinen. Das sind gar keine Menschen. Ist wirklich so. Ja, hier, ich muss hier oben hin. Alte Badestätte? Oh! Zeit zum Baden geht, ja. Schwimmzeug haben wir ja da. Wo ist die letzte Truhe? Da. Bin erfolgreich aus der Schlacht zurückgekommen. Willkommen zurück. Mutiger Krieger. Erneut heißen wir dich in den Hallen, weil Hallas bekommen... Willkommen. Nicht bekommen. Scheiße, Mann, wie komm ich da hoch? Muss doch irgendeinen Weg da hoch gehen. Vielleicht ist das ja... Vielleicht kommt man davon wo ganz anders hin. Vielleicht kommt man davon hier hinten irgendwo hin. Wobei, ist mal ohne Scheiß. Warte mal. Wir testen mal was. Wir testen mal was ganz Blödes hier. Ich laufe jetzt mal ganz stupide hier einfach entlang. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Ich sehe, du kommst das Signal. Die Grundlage scheint, dass du irgendwo in den Räumen bist. Dass du nur in der Präsent des Nanaki bist, ist so ein Honour. Und dann hockt er so auf seinem Schoko. Und dann hockt er so auf seinem Schoko. Okay, Yuffie. Äh, Yuffie? Yuffie extra has stopped working? Was ist los da? Achso, sie will, dass ich... Achso. Okay. Mein Fehler. Warte, die kennen wir doch. Yuffie? Oh, wo sind meine Maßnahmen? Diese Leute sind aus Avalanche HQ. Sie sind diejenigen, die mir helfen, die mir zurückzuholen. Und ich glaube, dass sie eine Unterstützung brauchen müssen. Sie waren immer in der Schindler-Bildung, nicht wahr? Ja, ich bin nicht, aber ich bin nicht, ob er spielbar sein wird. Ich glaube, er nicht. Weil der taucht ja wirklich ganz gegen Ende erst auf. Wenn du mir nichts mehr erzählst, bitte. Ich nehme an, dass er dann und Sid zusammen als spielbare Charaktere im letzten Teil dazukommen. Don't be. Just, I need to know. After the Sector 7 plate fell, the things we saw and heard. All the carnage. It was hell. We wanted to help, we really did. But how? It all seemed so hopeless. That's when the call came. From the folks at Avalanche HQ. We learned it was the company that dropped the plate. And that they were gonna drop another. Unless we stopped them. HQ needed volunteers. To help storm the Shinra building. This was our chance. We knew it was the right thing to do. All of us. Wedge and I ended up being assigned to the same truck. We'll infiltrate the building via the underground parking facility. From there, we make our way up. Taking each and every floor. We've lost contact with Lucia's team. I think we have to assume that they're all over. That's enough. First, we'll check him with man. On it. Let me just scooch on over here. I'm Wedge with the splinter cell. There it's crew, right? Here, try one of these. It'll help you calm down. Thank you. Boah, that's like a good sandwich. Go on, eat her. Our team was heading upstairs. To take out the president. I know what you're thinking. Avalanche doesn't do that. But when the plate fell, the rules changed. Warum schleppt man zwei Sandwiches in der Hand mit sich rum? Natürlich, weil man Bock auf zwei Sandwiches hat. Das ist doch absolut logisch. Und er hat dafür einfach keine Tasche, weil... Ja. Alright, we're almost there, boys. We're going to take back our world. Find the bastards who stole it and send them to hell. Yeah. I've got friends up there who need to know we're coming. Oh, sorry, but I didn't want them to get hurt, sir. Go, I'll catch up. Ray. We were all fired up, ready to fight. But then... The fire nation appeared. Die hat eigentlich... Dieser Charakter hat so ein komisches Ausgleich. Allein ihr Shirt ist so merkwürdig. Wer hat sowas designt? Alles gut. Die Plotgeister helfen. Oh, doch nicht. Ich konnte es nicht glauben. Es war ihm. Danke. Dankeschön. Dammit. Don't worry. Plot, Plot Amor is over. Oh, natürlich ist seine Seele direkt da, man. Hey, y'all heard that, right? That was Wedge. Barrett, those who pass on become one with the Lifestream. I know what you thought you heard, but it was probably just the wind. Whatever. Ich mag den Ausdruck. Zum Planeten zurückkehren. Das klingt irgendwie besser als sterben. They're this region's main source of energy. And kind of like relief valves for the Lifestream. But when they're as busted as this one here, you can't even get close to do repairs. Mako's way too dense. So, we figured we'd use a probe. Fix the funds remotely. Thing is, little guy's just too old. Probably for the Star Wars-Roboter. Perhaps I can be of service? Robotics is one of my areas of expertise. Meet Robot Chadly. Or Robo-Chad, if you prefer something abridged. At any rate, you should now have complete control over him. Go on. Ask him to do something. Okay, ich bin gespannt. Ja, jetzt kommt die... Jetzt kommt das, was auch immer wir hier machen müssen für die Protosubstanz in dieser Region. In der letzten Region fand ich das nicht so spannend, weil das waren ja wirklich nur VR-Kämpfe. Mal gucken, ob wir hier wieder was Cooleres haben. Gambit-Schlacht. Bei der Gambit-Schlacht geht es darum, Roboter zur Untersuchung der Quellen des Planeten zu programmieren. Indem du ihnen im Voraus Befehle für Gambits und Aktionen gibst... Oh wow, okay. Let's go. ...können sie es mit Ungeheuern aufnehmen und zu den Quellen des Planeten vordringen, die repariert werden müssen. Erledige alle noch übrig gebliebenen Bestien und setze die Quellen der... Okay, ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Probieren wir es aus. Kriegen wir schon hin. Wir sind ja hier alle Giga-Brains. What the fuck? Okay. Boah, das sind hier wie die Robot-Fights, die es teilweise gibt. Vergessen, wie die heißen. So, drei Roboter werden ausgeschickt, um gegen Ungeheuer zu kämpfen. Okay. So. Ich darf also momentan eh nichts machen, oder? Aber warte. Wir nehmen natürlich den offensiven Modus. Warte, Gegner-Informationen. Also er ist schwach gegen... ...Äh, Feuer, Eis und Blitz. Also nicht gegen Wind. Das heißt, der offensive Modus wäre nicht so gut. Weil der Eroga dabei ist. Dann bleiben wir hierbei ausgewogen. Und wir machen... Ah, ne! Okay, es gibt nur drei Elemente anscheinend. Hä? Aber es ist denn dann Wind-Damage? Ist einfach nur... ...einfach nur Damage. Ja, es gibt nur drei Elemente. Blitz ist gut gegen Feuer. Feuer ist gut gegen Eis. Eis ist gut gegen Blitz. Dann... ...dann go. Dann mach mal. Okay. Achso, okay. Da ist jetzt ein Blitz-Vieh gespawnt. Und gut gegen Blitz ist Eis. Okay. Der hier hat Eisschuss. Go! Ich kann auch direkt schon den nächsten in die Schlacht schicken. Weil natürlich gucken wir jetzt erstmal, wo der nächste Gegner rauskommt. Ja, okay. Da kommt nämlich Feuer raus. So, gegen Feuer. Brauchen wir Blitz. 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 Und da ist Eis. So, gegen Eis. Feuer. So, jetzt mach ich mal hier... ...ne Portalfertigkeit. Wir machen Eroga. Bam. Feuer wieder? Okay. Feuerblitz. Und jetzt... Jetzt kann ich eigentlich... Jetzt kann ich voll Gas geben hier. Einige Gegnertypen setzen unter bestimmten Bedingungen fortgeschrittene Aktionen ein. Analysiere mit Dings. Okay. Achso, okay. Vier oder mehr Roboter in beliebiger Reihe. Dann macht er Barriere. Und wenn er von fünf Gegnern anvisiert wird, macht er so einen richtig ekelhaften Ultramove. Okay. Sprich, ich will... ...maximal nur drei in einer Reihe haben. Wenn ich hier auch... ...kann ich den Komet einfach auf das Vieh machen? Go. Bam. Zeit Limit gibt es auch noch. Okay. Okay. Da kommt Feuer. Blitz. Battleboards, Alter. Scheiß drauf. Ich habe so viele Roboter. Ich sende jetzt einfach noch mehr aus. Go, go, go. Go, go, go. Ist mir auch egal, wenn der Boss jetzt irgendwie so einen Supermove macht. Wir nehmen das hin. Da ist er. Der Supermove. Achtung. Nee? Okay. Dafür, dass das die erste Schlacht ist, ist das aber schon... ...echt hardcore. Äh. Weißer Pudding. Ach, der ist elementarneutral, oder wie? Oh, okay. Ich bin am verlieren. Ich bin wieder am Gewinn. Go, Battleboard. Do it. Oh. Das macht irgendeinen Bullshit. Das macht er gleich seinen Supermove. Aber eigentlich, eigentlich muss ich weiter drauf gehen, sonst schaffe ich es von der Zeit her nicht. Weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Wir müssen weitermachen. Nicht aufgeben. Go, meine Roboter. Go, meine Roboter. Do das. Roboter. Do das. Ich hab' ich hab' ich hab' verkackt. Ich hab' verkackt. Oh, ich hab' ich vollidiot. Ich hab' ich hab' den falschen ausgesucht. Ne, Eis ist gut gegeben. Blitz. Go, go. Kann man die noch... Also, ich glaub' ich kann das beim ersten Battle, kann ich das, glaub' ich, nicht machen. Weil die sind quasi schon vorgegeben. Aber ab dem, ab dem zweiten Battle kann ich da, glaub' ich, ein bisschen mehr entscheiden. Korr,peal. Gered. Sen. Gered. 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 Das ist der fette. Ja, okay. Genau, der ist nämlich, der ist mächtig, dieser Feuertyp da. Vielleicht mache ich da jetzt meine Ability. So, das trifft nämlich jetzt beide. Bam. Ich hoffe, das war gut. Das macht er natürlich seinen Shit. So, diesmal will ich ihn richtig überrennen hier. Ich gebe dem überhaupt keine Chance jetzt irgendwas zu machen. Shit, da ist wieder ein großer. Ach, ich gucke die... Warte mal. Oh mein Gott, ich gucke die ganze Zeit falsch, oder? Ich gucke die ganze Zeit falsch. Ich gucke die ganze Zeit auf die Symbole und denke mir, okay, das hier vor mir ist ein Eistyp und ich muss... Oh mein Gott, ich mache es die ganze Zeit falsch rum. Ich trottel. Okay, es ist viel easier. Ich muss einfach nur aussenden, was über ihrem Kopf ist eigentlich. Dann habe ich es die ganze Zeit falsch rum gemacht. What the fuck? Wir schaffen es trotzdem. Ich habe es die ganze Zeit falsch rum gemacht. Wow. Das ist... Das ist crazy. Oh, okay. Jetzt sind alle tot. Never mind. Okay. Aber... Okay. Also, der nächste Versuch... Der nächste Versuch... Warte, es klappt sogar. Auf jeden Fall wird der nächste Fall sowas von viel einfacher, Leute. Ich sage es euch jetzt schon an. Ich habe es die ganze Zeit komplett falsch rum gemacht. Ich habe gerade legit immer die rausgeschickt, die schwach gegen die Reaktur waren. Wie schlecht, ey. Ich glaube es nicht. Okay, das erklärt, warum mir das Tutorial so schwer vorkam. Es ist ein Schade, die anderen hier sind, um das zu sehen. Wer sagt, sie sind nicht? Was ist das? Ich glaube, das ist das Licht, die uns zu führen. Ich glaube, das Licht wird uns zu einem anderen Schaden führen. Und ein Schaden zu schützen, ich glaube. Ist es okay, wenn wir mit uns zusammenstehen? Natürlich. Warum nicht? Ich habe mit euch H.Q. Die Welt ist wichtig. Die Frage ist immer noch, wie komme ich da hoch? Die Haltestelle ist unten drunter leider. Wir müssen hier irgendwo einen Weg finden, wie wir weiter nach oben gucken. Wir müssen da ganz hoch. Ach, das sind die Schokobus von denen. Ah, okay, cool. Interessant, dass sie daran gedacht haben. Das sind die Schokobus von den drei Leuten da drin. Das sind die Schokobus von den Schokobus. Ich hoffe, wir müssen fliegen, weil hier sind überall diese Winddinge. Das ist trotzdem mal da lang gehen. Es kann sein, dass wir zumindest zu dieser Jagd kommen. Um. Ah, das sieht doch gut aus. Dangerous Territory. Oh Gott, das hat mir noch gefehlt. Seltene Sahagin. Oh nein. Aus den Schenkeln einfach hoch springen. Okay, das habe ich noch nicht probiert. Stimmt. So, so wild sind die eigentlich gar nicht. Der Schokobus von den Schokobus von der Schokobus. So, hier geht's. Mach mal hier einfach mal so. Ah, sie hat kein Eis. Stimmt. Ich habe den Stab immer noch nicht. Ah. Dann kriegt er hier wenigstens eine Welle. Und du machst hier. Frosty, Frosty. Wo, wo? Hey, säen. Es ist mir, Mei. Ich habe gute Informationen. Sie kämpfen hier um Leben und Tod. Oh nein! Blablablabla! Sie sind in der Flucht! Ich weiß, dass Sie nicht mehr sehen können! Auch wenn wir nicht unsere Kampfobjektiven haben, obwohl ich nicht so lange auf die Objektiven aufgepasst habe, aber wir haben sie alle. Ich hab, ich hab, ich hab nicht drauf geguckt. Huh, okay. Okay, lucky. So. Oh, okay, da vorne ist ein Krasomat. Was bist du denn, ey? Oh, oh. Du hast schon wieder deinen Mittagsschlaf gehalten? Das ist echt Scanner, ey. Let's do this. Alakran. Nice. Okay, er ist mit Feuer. Äh, er ist mit Eis, dann mit Feuer. Ja. Erst Eis. Äh, ja, hab ich nicht. Why don't you leave the world? Just one! Die, die, die. Bei Distant World's Penster auch die ganze Zeit. Let's go. Okay, Scanner. Stop. Peace. I got this. I got this. He got this. Okay, go. Oh, okay. Schock. Und jetzt Feuer. Feuer! Feuer! Das ist es. Wir gehen wieder. Hahaha. Zerstört. Du bist mir. Ja. Das ist es. Wir gehen wieder. Du bist fertig. Es ist Zeit, um zu schrauben. Alter. Wow, schau. Ah. Oh, das Bild. Genau. Das ist schonmal falsch. Das auch. Ah! Okay. Das. Ähm. 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 Da muss so ein bisschen Busch vorne. Ja, ich glaub da wo sie steht, ist ganz gut. ist das der Busch überhaupt? Hey, ist das der Busch? Ne, warte. Hä? Warte. Hä? Ich muss weiter weg. Moment, ich muss nochmal weiter weg. Die Location ist gut, aber wir müssen hier so ein bisschen mehr Zoomies machen. Ach, das ist Das ist gar nicht mal so einfach. Warte, ich muss weiter nach rechts. Da links dieses Knochen-Shit-Zeug, das muss nicht drauf sein. Ja, so, ja, ja, okay. Ja, 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 ja. Hier, so. Das könnte passen. Schlitzko. Ich hatte es und wollte es noch schöner machen. Jetzt habe ich es versaut. Okay, fuck it. Ähm. Nice. Das ist perfekt. Well, well. Vielleicht sollten Sie einen Fotografer anbieten, dear. Let's look for other spots. Wobei, vielleicht sollte ich probieren, 100 zu kriegen für die bessere Belohnung. Oh. Ey, aber ganz ehrlich, also wenn ich hier, wie komme ich denn dann? Wie soll ich denn dann da oben hinkommen? Weil hier führt ja kein Weg hoch, oder? Center Shock, Center Shock. Und ich muss, ich muss noch da, ich muss immer noch da rechts, okay, wir müssen jetzt mal da hochfliegen irgendwie. Wir müssen hier irgendwo hier, müssen wir hochkommen. Okay, Center Shock. Okay. Auf nüchternen Magen. Da ist es. 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 Danny Blech? Ich vergesse mich A2 zu drücken Ich komme nicht hoch Ich komme nicht hoch Das reicht nicht, oder? Fuck. Warte, was bist du denn für ein Vieh? Ich glaube, den kennen wir noch nicht. Ah doch, Basilisk. Ja, klar. Die kennen wir ja. Schokoko! Schokoko, let's go. Lady of Schokoko. Ich werde wieder vom Chat gemobbt. Eigentlich nur vom Puzzle. Fussel ist hier. Fussel ist der schlimme Finger hier. Alles wie immer, ja. Ich versuche gerade, diese Region hier irgendwie zu erkundschaften. Aber ich stelle mich heute echt dumm dran. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stelle mich heute sehr dumm dran. Sonst alles gut. Joa, joa, joa. Es, es läuft. Es läuft. Ich hoffe, bei dir auch. Ich muss da hoch, da hoch. Ich muss auf diese Dinger. Aber ich komme nicht hoch genug. Ich komme nicht hoch genug. Ich komme nicht hoch genug. Vielleicht dann doch nochmal von hier aus. Oh ja, oh ja, oh ja. Eventuell könnte das funktionieren. Genau da vorne muss ich hin, Chat. Da. Da. Äh, da. Genau. Da. Ich verliere doch wieder viel zu viel an Höhe. Scheiße. Nein. Wieso? Oder? Komm, bitte. Zieh hoch. Wartet ihr? Ich sinke immer nicht. Halt doch die Schnauze. Halt doch einfach deine Bubble. Okay. Ich bin es vielleicht ein bisschen schlecht angegangen. Okay, wir müssen. Okay, ich habe eine bessere Idee, Leute. Der, der eine da unten, den kriege ich auf jeden Fall mit. Vielleicht brauchen wir den Schub von dem. Und dann auf den nächsten zu kommen. Ich hoffe, dass das... Und zack, wieder von vor. Okay, jetzt. Hier, Achtung. Ich habe doch gerade null Boost bekommen. Das Ding ist doch... Das ist doch kaputt. Ich glaube, die haben eben den Antrieb. So, jetzt habe ich es anders gemacht. Ich bin jetzt direkt nach rechts. Habt ihr gesehen? Direkt raus nach rechts. So. Achtung. 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 Und? Aber... Okay, so geht es auf jeden Fall nicht. Das geht einfach nicht. Okay, ich muss von dem... Okay. Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das klaut uns. Können wir... Können wir aufhören, ey? So, diese... Diese schlechten Witze. Stop it. Stop it. Vielleicht muss ich ja wirklich alle mitnehmen. Dass ich... Also... Vielleicht... Oder meint ihr... Meint ihr, ich komme da? Meint ihr, das reicht, dass ich vielleicht zu diesem hinkomme? Oder zu einem... Das könnte gehen, oder? Wenn ich direkt... Das geht. 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 Okay. Zielen. Das geht. Haben die das wirklich perfekt gemessen, dass es nicht geht? So ultra perfekt einfach. Leg dein Schwert auf... Ja... Ja... Warte. Wait. Wait, wait, wait. Warum sind die denn überhaupt da, wenn man nix damit machen kann? Geht das? Oh, okay. Ist das irgendwas... War ich hier schon? Hier war ich schon. Okay. Leicht wie ein, du Wolf. Ach, shit. Ähm... Okay. Ähm... Ich hab noch ne Idee. Was, wenn wir einfach... Was, wenn wir einfach mal zu dieser unexplorten Gegend gehen auf der Karte? Hier. Und hier befindet sich vielleicht... Genau das, was wir brauchen. Full... Full Kopium. Guck mal, warum... Warum kann da vorne nicht einfach hier sowas sein? Das hier ist doch super easy. Guck mal, damit kann man direkt auf die fliegen und dann von da aus weiter und so. Ja, das ist... Das ist so richtig... Schön... Easy und nice... Und easy und nice... Oh, warte. Oh... 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 Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das muss es sein. Das ist der Weg. Das ist es. Das ist definitiv es. Look at this. Look at this. Luca? 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 Das ist es. Aha. Ha? Hier waren wir ja. Das ist mir genau da lang gegangen. Es muss doch hier. Es muss doch einen Weg geben. Ja, aber der Weg ist doch zu Ende. Warte mal, kann ich... Geht das? Oh. Okay. Komm. Geh da hoch, bitte. Das ist doch direkt da. Komm. Spring. 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 Da. Da. Hoch. Okay. Okay. Gehen wir doch mal da unten in die Höhle. Vielleicht ist da ja ein Ultra-Secret. Warte, war ich da schon mal drin? Nee. Nee. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wie? Komm. Okay. Okay, also... Vielleicht kann ich ja diesen Funkturm erstmal kriegen, irgendwie. Ich muss da, ich muss da rüber, irgendwie. But how? Das Ding da unten bringt mich doch auch... Das bringt mich doch nicht so hoch, dass ich da auf diesen Ballon da komme, oder? Niemals. Was ist ihre Mission? Ähm. Was ich hier mache? Meine Mission ist die Erkundung. Yo, Wesley! Danke für den Resub. Warte, ich kann... Warte, kann ich einfach von dem Ding da aus? Nee, oder? Nee, reicht nicht. Hm. Alter, das ist das neue E-Board. Das ist... Warte, vielleicht wenn ich so einen ultra-coolen Move mache. Warte, wenn ich hier... Und dann noch hochziehe. Und den Bewegungssensor aktiviere. Mein Schokobo ist kaputt, glaube ich. Mein Schokobo ist kaputt. Der sollte eigentlich höher fliegen. Aber meiner ist kaputt. Die haben mir einen kaputten Schokobo gegeben. Das hier... Da gibt's... Guck mal, hier gibt's so viele verschiedene... Möglichkeiten, wie man da angeblich hinkommen soll. Weil ich bin zu doof. Zieh den Po... Ja, iss so, Mann! Vielleicht muss ich einfach... Ich sollte... Ich sollte... Ähm... Jufi da drauf sitzen. Weil die viel weniger wiegt. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich muss da... Ich muss da ganz nach oben. So, dann lass doch mal realistisch überlegen, wie man da hinkommen könnte. Vielleicht von hier aus. So, hier zack, zack. Da hoch. Einmal Kreis drehen. So, und jetzt gehen wir auf das Ding. Und das Ding, das pusht mich dann so nach oben. Weil das... Das hat einen viel stärkeren Auftrieb als alle anderen hier auf der Map. Und damit klappt's dann. Nee. Tut es nicht. Vielleicht ist das Ding... Vielleicht ist das ja hier das stärkste. Und das bringt mich jetzt so weit nach oben. Nee. Ähm... Es reicht. Ich kloppe jetzt die Hand hier. Das reicht mir. Ich muss mich... Ich muss mich abreagieren. Du. Genau du. Du bist nicht mal die Hand. Kann ich heute... Kann ich heute eigentlich irgendwas? Ich bin heute... Ich bin heute zu gar nichts gebraucht, ey. Diese Fülle. Ich bin heute zu! All done! Höheh. Höheh. Ach, das ist wieder ein Hafen. Mhm, 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 auf jeden Fall, ja. Das heißt, ich habe sogar die Hand verpasst. Dann ist die Hand doch auch wieder weiter oben. Was, wenn ich einfach eine Mechanik vom Schokobo nicht verstanden habe und ich kann eigentlich die ganze Zeit schon fliegen? Ich raff das nur nicht. Warte mal wieder. Ohohoho! Entschuldigung! Du brauchst einen Kühl. Das ist meine Meinung. Was machst du hier? Du solltest zu Hause sein. Es gibt keine Chance, dass du so ein Fuss machen kannst. Viel besser hier als ich kann gar nicht so über... Verdammt nochmal. Weißt du, wenn man halt nicht so doof wäre wie ich? Ja. 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 Da muss ich gespringen. camping comoкаis... Aber das ging. Also irgendwie ging es immer. Und das hier geht gerade gar nicht. Aber es ist wirklich nur die eine Stelle. Ich muss eigentlich nur rausfinden, wie ich hier hochkomme. Eigentlich nur die eine Stelle. Ah, mit dem Auftrieb hier kann ich bestimmt zum Handmob. Es ist möglich, da hochzukommen? Nein, echt? Bist du dir ganz sicher, dass das wirklich möglich ist? Ja, keine Ahnung. Ich bin zu doof. Ich bin echt zu doof. Es ist bestimmt super simpel und ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh, hallo. Die Lösung liegt... Ja, die Balance, ne? Aber ich raffe nicht, wie ich die Balance benutzen soll. 15 Gegner. Und mal wieder... Das war's. Das war's. Das war's. Alles ist. Ich bin echt nicht so, dass dieकste Elemente gemacht hat. Ja, das war's. Blablablablablablablablablablablla So, jetzt komm's so fein auch wieder runter, Bichse. Runter! Runter! Jesus Christ! Warte, elementare Schwäche? Achso, Blitz? Ich bin ja auch doof. Seht ihr, ich bin schon wieder doof. Non-stop-Doofness. Ich komme heute auf. Das ist alles nicht klar. Hier, Flammsitz. Wir haben den Krips besiegt. Den Krips habe ich heute schon viel früher besiegt. Ich brauche... Ich brauche... Scheiße! Jetzt bringst du den gleichen Scheiß mit. Ich habe noch eine Schanze übersehen. Echt? Bis zum nächsten Mal. Ich habe ein Kombat-Trial. Nur für dich. Oh, das ist aber toll, Mai. Vielen Dank. Ich bin derjenige, der es kreiert. Auf jeden Fall. Okay, shut the fuck. Ähm... Ich habe noch eine Schanze übersehen. Hier vielleicht. Ist da noch einer? Weil das wäre ja in der Nähe der Höhle der Ki. Das wäre ja hier... Warte mal. Wait a second. Im Süden. Ich muss trotzdem mal gucken. Das sieht ja eigentlich so aus, als könnte man da auch noch so ein Stück weiter laufen. Komm komm. Du dut du partein. Du dut du. Das war ein Feiliyor. Ein Feiliá. Ein Feiliá. Ein Feiliá. Des делai. Hier fehlt mir noch eine Chance. Ja, wahrscheinlich die weiter oben, wo ich auch nicht hinkomme. Der oben ist halt bestimmt noch eine, aber da muss ich halt... Und das hier ist ja, das hier ist bestimmt weiter unten, oder? Oh, wait. Oh. Die Mokris sind schuld. Scheiß Mugelbastarde. Die sind... Die haben mich abgelenkt. Die haben mich abgelenkt. Die haben mich abgelenkt. I flame the Mokris. Juhu. Irgendwo da, ich zeig für dich drauf. Ja, super. Danke, Schoko. Ohne dich hätte ich das jetzt nicht gefunden. Gut, dass du extra drauf gezeigt hast. So konnten wir das Problem lösen. Gah! Und nach oben. Wer hat diese Türme eigentlich gebaut? Ohne Leiter. Sind die des Wahnsinns, die Schindlerleute? Do it. Do it. So, und damit steht uns jetzt alles offen. Okay. Okay. Ein Typ aus dem Gym. Was? Ja. Ich denke, das ist die naheliegendste Erklärung. Wo ist Schoko-Bro? Hier ist geschnüffelt. Führe mich zum Bahamut. Oh, ja. Echt? Ja, dann bitte Barmut verwundet. Ja, ich habe Raid in 15 Minuten. Ich bin noch am überlegen, ob ich streamen will oder nicht. Was sagt ihr dazu? Oh Gott. Okay. Klar. Ich weiß halt nie dieses, dieses, vor allem das Blind, das Blind-Gebrogel. Ich weiß halt nie, wie das so richtig ankommt bei den Leuten, weil das, also da gibt es halt mal so die Stelle, wo wir halt überlegen, okay, wie, wie machen wir das und dann stehen wir da halt rum und wir labern halt nur. Ich weiß halt nie, wie interessant das ist. Habt Lach bei mir und auch alles ehrlich gezahlt was? Ich bin nicht geahnt. Gehört zum Raiden dazu, ja, I don't know. Klar gehört zum Raiden dazu, aber die Frage ist es ja, die Frage ist ja, ob es unterhaltsam ist, wenn da so ein paar Leute auf Englisch reden und ihr seht quasi im Stream überhaupt nichts für eine Zeit. da habe ich halt immer so direkt schlechtes Gewissen. Vor allem fällt es mir natürlich im Raid auch viel schwerer immer auf den Chat einzugehen. Also nicht beim Fight selbst witzigerweise, sondern eher beim Reden über die Mechaniken halt. Dafür raidest du mit uns genug. Okay, der war gut. Der war gut. Not gonna lie, der war gut. Wofür wird denn das denn? Oh. Okay. Aber warte, was? Warte, was? Oh, da war ich doch gerade. Ich bin... Ich bin mental kaputt heute. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, führ du mich bitte, weil ich finde meinen Weg heute nicht. Du, 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 du. Du, du, du. Hörst du das? Du, 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 du. Blink. 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 Cloud! Auf der Analyse von der Lifespring konnte ich einen neuen Transmuter-Chip finden. Es ist in den nahen Ruinen. Ein Surveys dieser Ruinen ist im Prozess. Aber wir glauben, dass sie von den Ancienen oder anderen wie sie wurden. Vielleicht kannst du eine Investition von dir selbst machen. Das ist mir aber auch schon passiert, aber ich habe mich gefreut darüber. Weil ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Kannst du den Transmuter-Chip ausdrücken? Sniff aus! Gut, alter Sniffer! Sniffer, 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 Sniff, Sniffer, Sniff. Sniffer, Sniffer, Sniff, Sniff. So, hier oben ist bestimmt was. Junge! Let's go. Big Sniffer. Immer, wie die Entwickler denken. Sniff, sniff. Sniff, sniff, sniff. Aha. Sniff, sniff. Einfach tiefer denken. Ich will nie wieder tiefer, willst du hören? Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Hier unten drunter bestimmt. Ja? Oh. Doch wieder oben drüber. Hm. Warte, hier war ich aber doch. Okay, dann ist es wohl ganz anders. Wo ist es? Schnüffel halt mal besser. Doch unten. Was willst du denn von mir? Keine tiefer Witze mehr, Mann. Nein. Oh, Schutzbett. We did it. 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 Wie komme ich denn? Okay. Es gibt noch ein paar ungeklärte Orientierungsfragen. Ist das wieder so ein Steingulem? Oh. Nee. Ah, doch. Okay, und das ist ein besonderer Steingulem. Okay. Alter, das ist ein richtig antiker Golem. Ich komme. Sie ist komme. Sie sind sehless Blad-Dolls. Kannst du sie übernehmen? Sie sind über die Lebensstrecke. Es ist fun und die Anzeige. Ich will nicht kippen. Alter, der Red hat den Feind produziert, alter. Ha, ha. Klasse Typ, alter. Ich weiß nicht, warum sie ihre Konstrukte verlassen haben, in einem Ort wie dieser. Töne. Töne. Oh, wow. Der Damage. Moment, wie mache ich einen Schock anfällig? Seine Energie verschwindet. Das müssen wir nochmal machen. Wer quatscht einen nicht? Ja, das ist diese Mai. Die ist auch ein Cyborg und die dachten sich, Chatly ist alleine anscheinend nicht cool genug. Deswegen gibt es jetzt noch eine weibliche Cyborg-Frau, die komplett unnötig ist, mit der Story gar nichts zu tun hat, aber uns die ganze Zeit einen Knopf an die Backe labert. Richtig sympathisch, ja. Das kann sie mir alles im Mai. So. Will ich wirklich FFXIV noch streamen? Erstmal hier einloggen mit meinem geheimen Code, den ich Chat niemals erzählen werde. 8, 1, 3, 5, 7, 2. Das war nicht Herr Code. So. Dann machen wir aber hier mal genau, was FFX... Ich wollte gerade FFXIV sagen, Alter. Ja gut, im Prinzip gar nicht mal so verkehrt. Ja, also was FFXIV angeht, würde ich dann hier mal abspeichern. Dann streamen wir jetzt noch ein bisschen FFXIV für die Leute hier auf Twitch. Bei YouTube werde ich dann den Stream auch schon mal beenden, damit wir nachher ein schönes High-Quality-Video aus dem hier machen können. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zugucken, YouTuber. Und hier geht es gleich noch ein bisschen weiter mit Twitchy. Sehr. Direkt mal hier ein Logo an. Das Spiel ist so gut, meine Leute. Also die hätten das ohne Witz. Sie hätten mich nicht zufriedener machen können mit diesem Spiel. Es ist... Es ist crazy, dass so ein Spiel existiert. Es ist crazy, dass sie ein Spiel machen konnten. Nach den ganzen letzten Teilen. Die letzten Jahre. Dass mich einfach so, 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 so was von packt, dass ich sagen würde, das ist eventuell sogar mein liebstes Final Fantasy aller Zeiten. So krass ist es. Komischer Code? Kommen dann die FFXIV... Viel Erfolg, wenn ihr Witze über die FFXIV Charaktere machen wollt. Was gibt's da so? Also ich, ich, ich Ali sehe noch nicht so ganz, was ihr daraus machen wollt. Nein, nein, nein. Okay. Keine, keine FF7-Jokes mehr. FF7 ist jetzt vorbei. Keine FF7-Jokes mehr. Das können wir nicht mehr haben jetzt. Oh, Login-Cue. Boah, die Leute, die Leute loggen sich alle ein. Die wollen jetzt direkt schon für Dawn Trail bereiten. Die alles vor, hey. So. Oder warte mal, hab ich, hab ich gerade verkackt? Ne, doch. Ne, ne, passt, passt. Oder? Ja. Ich glaub, wir haben sogar noch ne Stunde mehr. Ich glaub, ich hab gerade verkackt. Ich glaub, ich hab gerade verkackt. Ich glaub, ich hab Server-Time und Local-Time wieder verwechselt. Warte mal. Ja, doch, stimmt. Ne, okay, ne, okay. Ja, in unserem Sheet, wo wir die Termine mal ausmachen, steht 6, also 6 PM Server-Time, was jetzt wäre. Aber sie haben gesagt, wir machen aber nicht die Zeit, sondern eine Stunde später. Okay, das wäre dann, okay. Ja gut, dann können wir ja noch, dann können wir ja doch noch ein bisschen weiterspielen. Perfekt. Äh, ich wollte nur testen, ob, äh... Juh, ähm... Ich wollte testen, wie viele jetzt direkt vom Stream abhauen, wenn wir nicht mal FF7 Rebirth spielen. Ja, ähm... Ja. Ähm, genau das. Äh, ja. Nichts, scheiße, mehr FF7-Jokes, ah, fuck. Äh... Was los ist. Mit mir. Das ist... Heute ist einfach weird. Heute funktioniert bei mir gar nichts. So, dann mach halt, mach mal, komm. Mach mal deinen Scheiß. Werd mal schockanfällig. Oh, ich hab keine MP-Mann. Alter, ist ja super. Blablabla... Es reicht auch nicht, dass ihr uns das einmal sagt. Nee, jedes Mal, wenn wir den Kampf nochmal neu machen, er zählt sie uns den ganzen Scheiß nochmal. 10 out of 10. So, Energieaufladung. Das heißt, er hat jetzt Energie, ja? Und, ähm, und jetzt hat er sie gleich nicht mehr? Okay, okay, let's go. 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 Go, yeah, okay. So. Battle adjustments completed. I knew you had it in you. Way to go. So. Jetzt bin ich auch hier, okay. Ach, geschafft. Aber jetzt mal ohne Witz, mir kam die Region sehr winzig vor, oder sehr schnell vor, im Vergleich zu den anderen. Vielleicht liegt es auch wirklich nur daran, dass Gongaga halt so strange war. Aber es kommt mir vor, als hätten wir das sehr schnell erledigt. Trotz meinen Fails, kommt es mir vor, als hätten wir das sehr schnell gemacht hier. Ich laufe jetzt hier nur hin, damit ich die ganzen... Die werden gar nicht freigeschaltet, oder wie? Warte doch... Oh, man muss bis ganz nach vorne laufen. Oh! Sniffer! Wo ist hier? Ah, da! Ah, siehs! Sniffer, Sniffer, oh ja. Wir wollen Sniffer. Sniffer ist immer da, oh klar. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Hä? Was? Huh? Was wird das jetzt? Äh... Okay. Das ist zwar nicht Absicht. Hä? Hä? Das sind alles die gleichen, ja? Ja. Here it comes! Oh ja. Oh ja. Ich hab ihr immer noch nicht wieder Eis gegeben. Ich vergesse es jedes Mal. So ist es mein Turnier? Ich vergesse es jedes Mal. Ich vergesse es jedes Mal. Oh ja! Hup! 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 Ahhh táut! up! 올라pielt! Hup! Ich war��� so ein schnarrt mit mir da, dass ich das gesurge ist吧! Sorry, ich habe euch ein Africern gettet! SPR! accumulation0 und vocation0 Das ist ja BoardWire! Hup! Thanks for coming to help! Sloppy! Sloppy! Hurry Cloud! Hurry Cloud! Get the Camer-wah! Camer-wah! So. Okay. Moment. Das ist ja... Ja. Ja. Na. That's the spot. Huh? He-he. 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 Ah! Komm schon. Gib mir mehr. Yeah! Das ist es. Okay, noch einer? Komm, komm. Ja! Oh, yes! Hm! Okay. Komm, noch einer. Noch ne Pose. Give it to me! Yes! Let's go, buddy. Ich weiß nicht, warum das jetzt ausgerechnet hier, aber ja. Ja, 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 ja. Geht bestimmt auch mit Tiefe, aber who cares. Geht bestimmt auch mit Tiefe, aber who cares. Ich will mal so ein, so ein richtig krasses, so... So, over the top gut. Wahrscheinlich wird's nicht viel besser als das hier, aber... Ey, 95 ist schon, komm. Das ist, das ist gut. Das ist spot on, Cloud. Ich weiß. Ja. Okay, zwei runter. Just one more left. Let's go. Ich seh die Wolkenmuffase. Das ist Pokémon Eosara. Ja, das ist Pokémon Snap. Ist richtig. Soll ich jetzt... Chat, soll ich gucken, ob's auch mit Tiefe geht? Wollen wir so tiefer sinken? Noch tiefer sinken? Content. Aber nicht das... Was, wenn ich noch mehr Bilder von Aerith machen kann und... Das wird denn jetzt überschrieben, weil ich tiefer dabei hab? Hm. Geht's mit Nanaki? Das ist eine gute Frage. Geht's mit Barret? Was? Das ist eigentlich das Interessanteste. Ähm... Ach, da oben ist auch noch was. Oh, oh. Oh, stimmt. Da oben ist ja auch noch Zeug. Oh. Ah. 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 Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier denn komme, by the way. Wir reden noch über... Wait a second. Chat. Ah, warte. Hier kann man hoch, oder? Chat. Ich glaub, mein Fluch ist gebrochen. Der Fluch von heute ist gebrochen. Ich kann wieder... Mein Brain ist wieder... Top. Ja. Jawoll, Mann. Mein Brain ist super top, weil ich hab auch gerade gedacht... Ja. Brain ist... Brain ist back to Topness. Ich hab auch gerade nochmal dran gedacht, dass ich hier auf den Zauberstab wechseln könnte. Ey, aber krass. 50? 51? Das ist schon viel. Ah, wieso hat denn der so viel... Egal. Äh, was hatte sie? Sie hatte noch... Frost und Gestein. Froscht? Stein. Okay. Ja, was soll's. Lieber, lieber mehr... Optionen als ein bisschen mehr Damage. Wobei... 51 ist schon viel. Das ist schon sehr viel. Hier... 3-Deads zu viel. 1-Deads zu fliegen. Schon wieder... Kett Absolutely! Uhhh... dale, k youtube... Ne raj.." Genau. Was ist es? Change my life. Okay. Grün. Grün. Consonant of Grün. Du bist mein Leben! So, was? Okay. Woah! I know you snuck a shot of me earlier. Nothing sneaky about it. Is that so? Hey, let's get a selfie together, okay? Come here. Oh, perfect. Aerith. Uh, nothing. Let's take the photo and go. Sure, sounds good. Haha. Haha. Ja, Chat, das tut mir jetzt aber leid, dass es mir tiefer durchging. Ach, das ist ja... ... 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 Ihr hättet mich damals mal erleben müssen, als ich das zum allerersten mal gespielt habe. Also PS1-Version. Und als dann halt die Sache mit Aerith passiert ist. Ohohohoho! Ja, ne. Uff. 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 Es war kein guter Morgen, ey. Das war kein guter Morgen. Uff. Aber nein. Nein! Was? Nein! Ich war unschuldig. Also genau wie jetzt. Ganz unschuldig alles. Alles ganz, ganz pur und rein und so. Ne, aber ich, ich weiß doch ganz genau. Ich hab das gespielt. Und an dem Morgen danach, ich glaub ich hab das auch schon mal erzählt. An dem Morgen danach, Alter. Ich bin morgens aufgewacht. Ich dachte direkt dran. Ich dachte direkt dran. Und ich, ich lag erstmal ganz lange im Bett. Einfach immer todraurig. Uff. Das war so schlimm, ey. Was ist denn die doofen Jagd? Das ist nicht der da, oder? Ne. Oder? Vielleicht doch. Nee. Das ist doch einfach nur... Aber hab ich den schon? Ah ja. Ist ja... Ja, okay. Doch. Habe ich. 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 Nein, Mann. Ich weiß noch. Ich weiß noch. Ich weiß sogar noch, was Claude gesagt hat ihm. Ich weiß noch, was er gesagt hat. Er hat gesagt, Alter, meine Augen sind so trocken, hat er gesagt. Du bist aus Glück. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Er war genauso zerstört wie ich, Mann. Oh, okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sag mal, Tifa, was machst du eigentlich noch hier in der Gruppe? Oh, Mann. Stirb, dirb, dirb. Schockanfährlich. Schocke. Okay. Schockanfährlich. Ach ja, ich habe ja keine... Ach ja, ich habe ja keine... So. Wie mache ich die Schockanfährlich? Also, ich habe noch gar nicht analysiert. Oh. Analyse. 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 Okay, Eis. Just Eis. Oh. Aber ich habe ja... Ja, okay. Äh, hier. Saug. 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 Und Eis. Verfehlt. Verfehlt. Okay. Eis. Yeah. Und jetzt töten. 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 Danke, mein. Danke. Das hätte ich ohne deine Hilfe nie geschafft. Den geheimen Gegner haben wir aber noch nicht entdeckt hier. Magnifizente Arbeit, Cloud. Haben diese Regionsfienden eine fütende Herausforderung? Einen Blick auf die Daten wird dir sagen, dass sie sicherlich keine Verbindungen sind. Ich erinnere mich nicht. Wenn du es nicht gesehen hast... Ich bin... Also bitte... Cloud. If you're in need of a challenge... Know that another combat trial... Um... Hmm. Hmm... 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 Jetzt ist der U da, ja? Da fehlt doch noch einiges. Der ganze obere Bereich, dir fehlt halt noch. Schokobro. Ne, wir haben noch nicht gegen Neo-Barmut gefightet. In der Tat haben wir das noch nicht getan. Aber ja, merkt ihr den großen Unterschied jetzt, wo ich die Schwierigkeitsstufe auf dynamisch gestellt habe? Ich nehme mich nicht. Ich bemerke irgendwie überhaupt keinen Unterschied. Die müssen ja jetzt eigentlich alle... Was ist das denn hier eigentlich? What the fuck? Oh, hier ist bestimmt die Quest zu Ende oder so. Die Gegner müssten jetzt eigentlich immer auf meinem Level sein. Egal wie hoch ich bin. Aber irgendwie... Kommt es mir nicht vor, als würden die jetzt irgendwie länger dauern oder sowas. Ich bin mir sicher, wenn wir hier durchgespielt haben, dann kriegen wir wahrscheinlich auch wieder Hard-Mode. Und das ist dann... Das ist dann eine Herausforderung. Ich weiß noch, so ein paar Fights in Remake waren... Ziemlich gut in Hard-Mode. Also die waren echt schwierig teilweise. Das... Das weiß ich halt nicht. Also ob die höheren auch runterskaliert werden. Deswegen wollte ich es am Anfang ja nicht anmachen, weil ich dachte so... Hä? Aber wenn halt ein Gegner über meinem Level ist, dann will ich ja nicht, dass der runtergesinkt wird. Aber ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt so funktioniert. Ich habe mich da gar nicht so krass informiert. Anscheinend können wir hier so komplett rumfliegen. Für irgendwas ist das ja bestimmt gut. So, ist auch unlocked. Was ist das da hin? Ach, ist das... Ich glaube, das hier ist der einzige Weg, da hinten hinzukommen, wo dieser Baum ist. Oder die Bäume. Ja. Und das war gut, denn hier ist... Hier ist Huhu. Oh huu". Ja. Wa-hooo. Wow Hu sommes. Ein Malabr yardım noch bin. Aha. Robert. Jetzt würde mich mal interessieren, die Leute, die es auch schon gespielt haben von euch. Ist das normal mit dem Foto-Dings, dass man das von Aerith macht hier? Oder ist das auch abhängig davon, mit wem man am meisten kompatibel ist? Also kann man da theoretisch halt zum Beispiel tiefer kriegen oder vielleicht sogar wen anders? Alles klar, Sarah. Denke, dass du hier warst. Schlaf gut, schlaf gut. Frohe Ostern. Du bist in Glück, Cloud. Ich habe die Location einer gefährlichen Fienden herausgefunden. Ein witziger Drogen scheint in der kosmischen Kanyonregion zu wachsen. Du musst ihn nicht schlafen. Als die hohe Erde in einem noch schwarzen Rund herkommt, ist, weil mein Sub-Sound ist ja jetzt anders. Hä? Warte mal. Dynamisch levelt die halt einfach auf deinem Party-Level, sollte aber alles drüber nicht runterleveln. Okay, gut. Dann ist es ja eigentlich ideal. Dann macht es das nur schwerer. Ah, fuck. Schoko-Boh. So, wie kommen wir denn zum letzten... Ach, das ist bestimmt da unten in der Höhle. Ja, klar. Ganz da unten. Ja, eigentlich... Eigentlich sehr nice. So ein Schwierigkeitsgrad könnten mehr Games vertragen, eigentlich. Finde ich gut. Crystal Analysis. Oh Gott, was? Normalerweise ist da immer so ein Rhythmus oder so ein Muster drin. Das hier ist ja komplett komisch. Um... Fuck, da unten habe ich verkückt. Ah fuck, nein! So, das war bisher der schwerste, finde ich. Die schwerste Analysierung. Weiß nicht, also von mir aus können wir ihn gerne auch noch schwierig probieren, aber... Ist wahrscheinlich hart. Er meint zwar, er weiß nicht, ob er es gut findet, wenn man Barmuth noch stärker macht. Naja, das passt schon, das passt schon. Keine Panik. So, es fehlt noch das. Ich glaube, das ist einfach da hinten in dem Canyon. Ein nicht zu fassender Meuchelmörder? Oh. Okay, Ninjas, got it. Was ist das denn hier? Was ist das? Was ist das? Das ist eine Kondition? Okay, das war ein bisschen, äh, das ging schnell. Nice! Doch, I ignore you, knallhart, so, äh, achso, das ist im Cosmo Canyon, die Quest abschließen, dann fehlt noch das hier, da drüben, dann würde ich mal sagen, fliegen wir einfach in die Richtung. Oh, Chat, wenn ich richtig geschickt bin... Ah, ne, nicht geschafft. Ich dachte, wenn ich nah genug an die Rampe fliege, dann kann ich sie direkt anlocken, hat nicht funktioniert. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 For now, let's continue to restore them. I'm sure we'll find something within. The planet itself is guiding us. I've also developed an additional AI chip for RoboChad. Hopefully it expedites our work. RoboChad. Let's go RoboChad. Also, jetzt können wir hier Sachen verändern, ja? Okay, mit Gambits und Aktionen ausrüsten. So, unser Gegner. Oh, okay. Was sind denn die empfohlenen KI-Sets? Das hier ist empfohlen. Oh, da kann man sich... Oh Gott, das ist ja... Das ist wie FF-12, Alter. Mit den fucking Gambits. Oh. Okay, also wenn ein Verbündeter unter 50% TP ist, macht er einen Vita-Schuss. Ja, ich könnte jetzt hier... Ich könnte jetzt hier ultra lange rum machen, aber ganz ehrlich, ey. Ich mach's vielleicht dann später nochmal. Ich kann mir gut vorstellen, dass die hier nochmal, wenn wir mit der Proto-Quest durch sind, dass man dann nochmal den Kram machen kann in der höheren Schwierigkeitsstufe. Also, genauso wie es mit dem Fort Condor war. Deswegen, ich glaube, ich... Ich glaube, ich mach hier jetzt erstmal einfach nur empfohlene Sachen. Ganz ehrlich. Und dann gucke ich mir das irgendwie so... Für mich in Ruhe nochmal an. Aber im Prinzip ist es ja... Ja, es... Also, oberste Priorität erheilt einen Verbündeten. Finde ich gut. Danach ist die Priorität, den Gegner mit Elementar-Dingen verbunden. Das ist auch bei allen so eingestellt. Das ist auch super. Und wenn er das nicht kann... Dann greift er einen Gegner... Mit Drehwirbel anstattdessen. Okay. Die Alternative wäre... Die Rakete. Das ist ein Fernangriff. Ja, ne. Also, eigentlich... Ich würde es legit nicht anders machen, to be honest. Hier gibt sich Barriere. Okay. Also, wir haben Vita. Also, heilen. Wir haben... Ja, Regener. Also, ein Heal-Overtime. Wir haben Attack-Boost. Und wir haben Barriere. Ich mach das mal einfach so. Das klingt eigentlich ziemlich geil. Dann mach ich hier ausgewogener Modus, dass ich quasi Regener casten kann. Weil von denen hat das keiner. Und dann mach ich das. TP hoch, Kosten runter. Erlaubt dem Roboter, seine TP zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu reduzieren. Ach so. Das ist auch noch was. Ah, ja. Also, der hat jetzt... Genau. Der hat jetzt 900 mehr HP. Dafür ist er aber ein bisschen teurer auch. Ich könnte das jetzt zum Beispiel... Weg machen. Also, ich könnte hier zum Beispiel die Kosten runter machen. Ah, das kann man aber auch nur bei einem machen. Nicht bei allen. Okay. Ja, dann ist... Dann ist eh gut. Das ist... Ja. Das ist prima. Okay. Go. Ach, go. Die Regina. Ja. Genau die. So, Blitzi. Blitzi. Kurz warten, ob er direkt was anderes macht. Wenn nicht, mach ich... Okay. Äh... Feuer. Ah, deswegen sind die vorhin auch direkt auf ihre Schwäche gegangen. Okay, das ist ja cool. Okay. So schlau waren die Dinge halt bei Ford Condor nicht. Das ist nice. Na, was macht er jetzt? Wieder Blitzi. So, mach ich da jetzt noch ein Blitzi hin. Blitzi, Blitzi. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil wir analysieren mal kurz den Gegner. Vier oder mehr Roboter in beliebiger Reihe, dann kriegt er nämlich ein Attack Boost. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich würde jetzt den Nächsten würde ich hier zum Beispiel hin machen. Feuer. Feuer. Eis. So, da sind jetzt auch schon drei. Hier sind wieder zwei. Hier ist einer. Hier ist einer. So, jetzt ist er unter 50%. Das heißt, jetzt geht er ein bisschen mehr ab. Elementar neutrale Gegner. Da ist Feuer. Feuer. Hier wäre es eine gute Gelegenheit, zum Beispiel Regina zu casten. Und theoretisch, weil der Kampf sowieso fast vorbei ist, kann ich auch genauso gut hier nochmal Komete casten. Easy, fuck easy. Jetzt ist es komplett, also jetzt, wo ich raffe, wie ich die reinmachen muss, ist das super easy. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das am Anfang komplett falsch rumgemacht habe. Dass ich die reingesendet habe, die schwach gegen die Viecher waren. Wir haben alle gesprochen, um den Canyon zu sehen, um einen Tag zu sehen. Das Nacht in der Bar, erinnerst du dich? Ja, ihr habt euch versucht, ein paar neue Cocktail für mich. Ja, das ist der. Döner? Burger? Oh. Ja, Pix denkt wirklich, er ist Rambo. Oh mein Gott. Salz. Oh, geil. Du bist richtig, wow. Es ist wie ein ganz neues Trink. Mann, es ist zu schlimm, dass die Dinge so schwer zu kaufen ist. Wenn ich nur mehr hatte. Ich dachte, du kannst das sagen. Richtig salty, der Boy. Richtig salty, der Boy. Und hier kommt es. Es wird super. Oh, wirklich? Huh? Y'all think we got money to be taking field trips? Because our books say otherwise. Here. Wir brechen sofort auf. Shit, we gotta go. There you have it. The boss himself says it's a done deal. To our generous leader. To Barret. Honestly, y'all are just too much. mother of a ... Mother of fear. Look, guys. We made it. Would've liked to have gotten here sooner, but... Wait? You fixed it already? Double time. Okay, die beiden Missionen werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen mit der Zeit her, aber das hier, der diabolische Drache, der müsste doch noch drin sein, oder? Aber ich muss vorher unbedingt mal ein bisschen chillen. Den Popo nicht dreckig machen. Sehr gut, sehr gut. So. Entweder ist der Boss Red jetzt ganz hier unten, oder? Scheiße, er ist bestimmt oben. Wobei, nee, der ist in der Höhle. Klar. Ja, okay. Careful, Cloud. You have just entered Jabberwock territory. Unfortunate, we know very little about this enigmatic fiend at present. I suggest you expect the unexpected. Expect the unexpected, guys. Dann gucken wir uns mal die Drachen hier an. Noise. Jabberwocky. Jabberwock, identifiziert in der Vazilität. Okay, anscheinend schwach gegen Eis oder Feuer. Allow me. Greifst du den Drachen mit einer mächtigen Attacke an, die seine elementare Schwäche ausnutzt, oder fügst du ihm eine bestimmte Menge Schaden zu, löst sich sein Gorgonen-Schild auf und er wird schockanfällig. Okay. Weiß ich Bescheid. Also so quasi. That said, recent discoverers have confirmed that it is high rates for extended periods, by petrachyping itself and delving deep into the scarlet soil. Jabberwock is fast active in such a short time that it's hardly ever seen. We mustn't miss this chance. Please, help us shed some light on this leading airdrack. Precisely? Wow, what a fight! Okay. Yeah. Now, move on. Alles klar, danke, dass du hier war's für Kur. Und viel Spaß beim Lesen. Und nachher gute Nacht. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Sie ist da. Sie haben das andere zu tun. Heiliger Magiekreis. Ich mach den anderen auch drauf, den Magiekreis. Der ist nicht heilig, aber ich mach draufstehen. Zusammen? Das ist der Weg, um es zu tun. Das ist es. Das ist für dich. Der füllt die ATB von allen auf. Das ist richtig fett. Es ist dein Geil. Die drei sind alle. Hast du das? Instant gebrochen. Holy fuck. Oh, Verlängerung des Schockzustands. Perfekt. Deine Kraft schlägt nicht. Das ist ein Kohn. Ich werde dir zeigen, was ich tun kann. Das ist ein Kohn. Ich werde dir zeigen, was ich tun kann. Oh oh. Ein Go Go nenne Shit. Dann rufen wir doch Felix herbei. Der ist ja auch Feuer. Go, go und chill. Okay, da kommt's. Ja. Wisst ihr, was ich davon halte? Das hier. Lieb es mir. Wie ist das? Ich lasse ihn jetzt. Wow. Ich lasse ihn jetzt. Jetzt. So. Geh riden. Try this. This is close. So is my turn? Your strength knows no power. So, und jetzt Feuer. Der wird geschockt. Red macht Feuer, roter Kreis. Cloud. Oh, ob ich den Blütensturm und den Limit Break rauskrieg? Das wär natürlich mega geil. Eric. Eric. Eric kommt. Hier geht's. Jetzt, lass das hier. This one's for you. Gotcha. Coming at you. Nothing personal. Please. Six. Ah, nicht ganz. Nicht ganz, aber... Ich glaube, er ist eh tot. Oh mein Gott, ey. Komplett vernichtete Typen. Okay. Thanks to you, we have obtained invaluable intel. The study of such ancient creatures will surely provide insight into the region's history. Ah, all you ever care about is your intel. It wouldn't kill you to show a little concern for Cloud's well-being, you know. You are hurt. Are you, Cloud? Haha, you worry too much, Mai. Rest assured that I always keep a close eye on him. I can tell at a glance if he has suffered any injuries. In fact, Cloud, I guarantee that I know more about your physical condition than you do. That's a considerably rare material, Cloud. I expect to improve useful and crafting new creations. I suggest you hold on to it. Lalalalalala. So, genau. Dann nur noch die zwei letzten Proto-Substanz-Missionen und dann sind wir hier fertig. Komplett. Super nice. Das heißt, wir kommen dann morgen wahrscheinlich nach Nibelheim. Und dann... Oh je. Oh je. Hello, Schoko. Die Schoko ist schon weg. Aber du bist ein bisschen zu spät dran. Giga-Trank. Giga-Trank. Talisman der Unterwelt. 3D-Experience. Giga-Spray. Wollt. Giga-Trank. Giga-Trank. Als Heilmittel kann ich jetzt schon machen. Giga-Trank. 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 Giga. Giga-Trank. Giga-Trank. Giga. Giga. müssen wir noch machen. Ring des Drachen. Beschleunigt das Aufladen der Limitleiste bei erfolgreichen Blocken. Uh. Uh. Das klingt... Das klingt nice. Schützt während des Kampfes vollständig vor sofortigem Tod und vor Versteinerung. Das ist auch nice. Woolli. Okay. Hier sind die Sachen, die wir noch machen müssen. Die, die, die. Die, die. Gut, gut. Die Mission ist klar. Wir machen das Ding hier. Als nächstes. Ich glaube... Ich finde es übrigens gut, dass hier zwei Chatleys sind. Einer ist da und einer ist da rechts. Das ist super weird. So, dann mache ich diese... Ich mache diese VR-Kampfmissionen mache ich dann nachher wieder offstream. Natürlich nicht Barmut. Dann starten wir... Dann starten wir morgen quasi direkt mit Barmut, würde ich sagen. Das klingt eigentlich ziemlich gut. Oh, hallo. Hallo. Heading up. Sehr. Ich will nicht Chatleys Musik hören. Ich will die normale hören. So. Also Leute, dann wechseln wir jetzt gleich rüber zu FF14. Machen da unseren letzten Eden-Fight. Hoffentlich vielleicht heute sogar fertig. Das sehe ich, äh... Genau. Das auch wieder... Außer dem Sinn habe. Aber für heute sind wir jetzt wirklich... Diesmal wirklich fertig. Mit FF7 Rebirth. Ich danke fürs Zugucken. Geht wahrscheinlich morgen dann direkt wieder weiter. Aber genau. Die Leute, die jetzt im Stream sind... Es geht gleich hier noch ein bisschen weiter mit FF14. Sehr. Oh, aber ich... Ja, hm. Okay. Ich würde... Ich werde für 14 werde ich die, ähm... Da werde ich die FPS nochmal ändern. Weil wir streamen momentan mit 30 FPS. Weil wir ja auch Rebirth in 30 FPS spielen. Das heißt, ich bin gleich kurz weg, Leute. Okay? Keine Panik. Ich bin gleich kurz weg. Komme dann aber sofort wieder. Müsst ihr eventuell nochmal F5 drücken oder so. Schon vorbestellt? Noch nicht, noch nicht. Aber ich habe mir eine Seite abgespeichert, wo man es vorbestellen kann. Weil Square Enix, wie immer, Seite ultra scheiße. So, ich bin gleich wieder da, Leute. Nicht vergessen, gleich F5 zu drücken, ja? Bis gleich.